Oh, ist das scheiße Wie sieht dein rechter Fußnagel aus? Alter, ich will das nicht im Stream erzählen Ist nicht schön So schlimm Ich kann das nicht machen Ich weigere mich da irgendwie auch innerlich Wieso kriege ich solche Bilder? Warum kriege ich immer dieselben Bilder? Das dritte Mal jetzt hier Und warum kriege ich das mit dem scheiß Browser nicht hin? Es tut mir so leid für die Person Das tut mir einfach nur leid Du meinst für Pia? Nee, tatsächlich Das Spiel kann man nicht Während man in einer Runde ist, kann man es eigentlich nicht schließen, oder? Also man connectet nicht wieder rein, oder? Nee, ich glaub nicht Was hast du denn für Probleme gerade? Ich kann die Maus halt nicht bewegen Also es flackert die ganze Zeit Und die Maus geht immer wieder aus dem Bild Also als wenn die Seite immer Rein, raus, rein, raus, rein, raus Die ganze Zeit Scheiße Ja, dann müssen wir die Runde leider ab Nee, nee, nee Fuck, fuck, fuck Ich hab doch noch fest Das lass ich mich noch Oh mein Gott So So Wenn ich noch einmal Pia mal muss, diese Runde Rass dich aus Wie? Du willst mich nicht die ganze Zeit sein? Das ist ein Ohne Pia Das tut mir so leid Jesus Maria Leute, wir müssen mal Ihr könnt schon euch geile Sachen für die nächsten Runden überlegen Falls wir keine Themen oder so Also den Satz, den ich gerade bekomme, habe ich safe von Gnu bekommen Okay, wer ist das denn? Warte mal, das ist aber nicht Pia Hä? Wir haben alle das gleiche genommen Das ist halt einfach nur Dich nannte ich noch nicht Wie soll das sein, Leute? Ich schreibe das, was ich sehe, ne? Ja Das ist noch einmal, ne? Ach du Schande Ich glaube, Leute, das kann ich schon noch mal machen Ich hab nicht verschrieben, aber das Hä? Oh Mann, oh Ich schalte dich noch mal Ich muss wie Ich weiß nicht, wie die Was ist das? Wie sieht denn die aus? Muss ich googeln Was? Wen habe ich heute Was? Was soll ich das? Das kann ich nicht mal Okay Alter Ja gut So Ja, ich probiere was Probieren geht über Stiere Ja genau Probieren geht über Stiere Was? Oh nee Oh nee Äh, Anni, Augenfarbe? Äh, Braun Super Super, danke dafür Ich, ich Welche Farbe nimmt man denn? Ich bin blond Verliert, die klauen man die Menschheit Erst jetzt? Ich hab ihn nie gehabt Junge Ja, hallo Hast du Spaß? Das war das so ruhig und konzentriert Das ist voll süß Ey, wir müssen halt mit diesen nackten Sachen aufhören Nö, ich finde es fängt jetzt gut an Ah, ich bin eher Leute Ich will nicht auf Twitch gebannt werden heute Doch, nach dem 24-Stunden-Stream brauchst du mal eine Pause Scheiße, Digga Okay, nice Oh shit, ey Die letzte Runde Manu, ich muss die Runde aufgemacht Weißt du, was du eigentlich schon musst jetzt? Äh, ich stelle es nicht auf Soll ich das automatisch stellen? Nein, manuell 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 vorlesen Genau Okay Von Anfang auf Ende Los Bereit Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit dafür Ich bin bereit Dallocat ist salziges Popcorn Stimme, ey Ich glaube, das ist am Ende was ganzes Ich bin halt ein bisschen rumgelaufen Um zu gucken, ob ich noch irgendwen sehe Hab ich da an Oh Wie das, du was sagst Hättest du mich jetzt gesehen Wegen Impostor Vision Hättest du wahrscheinlich den Verdacht auf mich lenken können Hast du aber nicht Nö Das heißt, für mich bist du eigentlich relativ safe Das stimmt, war sehr schön So, und da ich da das letzte Mal Jackie gesehen hab Würde ich auf Jackie gehen Das ist einleuchtend eigentlich Ne? Da gibt es sonst keinen Anhaltspunkt Wir sind sechs Leute, wir müssen bei unten Ja Also Ja gut, ne? Ahem Ja Ja Eindeutig Willkommen beim Stream Wir warten jetzt noch, dass die Leute fertig sind Na SD Bop Gott Was ist das? Hat er vielleicht nie Ich nicht www Wir warten jetzt noch Und nicht Schwerverbrechen, Plakate zu bemalen. Das würde ich auch nicht machen. Moina, Karni! Na, alles fit? Willst du da jetzt was machen? Gut, genau. Ja, dann hier Mia und Ziegen. Hey, Kopf hoch, Jungs! Warum die langen Gesichter? Unser Flötenspieler, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Arme Miguel, hat in sein ganzes Leben kein Gesetz verbrochen. Warum wurde Miguel ins Gefängnis gesteckt? Weil er hat Folklore gespielt. Was? Ist Wahrheit, Senior. Er darauf bestanden, traditionelle caramontekische Musik spielen. Aber das illegal. Aha, das ist natürlich illegal. Warum spielt ihr nicht ein kleines Liedchen, um euch aufzumuntern? Nein, wir besser suchen richtige Arbeit. Wir können verdienen zehnmal mehr unten im Bergwerk. Meine Vetter Ramirez hat verdient acht Pesos jede Stunde. Oh, was für ein Stress hast du denn gehabt? Wir verloren seine Beine in Unfall. Ich hoffe, es war nichts großartig. Oder nichts Schlimmes. Erzählt mir mehr von diesem Unfall im Bergwerk. Es gab große Explosionen in Theokulkan. 30 Arbeiter begraben lebendig. Sieht kaum jemand wiedergefunden. Nur zwei ausgegraben. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Einer davon, sein Vetter. Und Hälfte von ihm noch da unten. Da bin ich verwirrt. Möchtet ihr euch Jungs vielleicht einen KX? Ich hab, oh. Ja, okay. Dann ist Ali. Dann ist Ali. Ähm. Was? Warum? 503.000 muss Ali sein. Okay. Ja, genau. Ich hab Pukka auch noch die ganze Zeit gesehen. Ich war so verwirrt, ob die noch so dritt waren. So. Aber nach dem Anfang halt ist Xeno für mich eigentlich safe. Und ich war jetzt mit Xeno am Ende zusammen. Pukka war noch unten mit uns in Electrical. Aber von da aus, von Electrical, habe ich Xeno eigentlich nicht aus dem Blick gelassen. Das heißt, du musst den Jukita abhalten. Warum? Ich hab gerade gesagt. Was machst du denn heute? Weil Xeno nach Electrical, nachdem wir Pukka das jetzt noch mal crossed haben, eigentlich nichts im Auge gelassen haben. Tod und Zerstörung. Ja, das macht schon Sinn. Hast du irgendwie dir gelogen? Was? Entweder das, oder er spielt halt wirklich Trickplay, also? Ja. Easy going, Juna. Körder off. Warte ich schon wieder. Und halt, also nach dem Anfang ist Xeno für mich eigentlich safe. Ich hab auch PS4-Controller hier. Beziehungsweise ich hab zwei nachgemachte noch zusätzlich für meine Ripple-Box geholt. Und äh... Aber... Da ja PC und so weiter... Bin ich halt auch nicht am überlegen. Oh, ein Schiff. Hatte Flagge genau wie das da. Wann hast du dieses Schiff gesehen? Drei Monate her. Fahr gleich hier. In Docks. Was? Es gibt ein ganz größeres Problem für mich persönlich. Jetzt ist mir mein Handy unglücklicherweise so dumm hingefallen, dass das nicht mehr lädt. Und ich denk mal, dass sich da irgendeine Lötverbindung gelöst hat. Schon auch alles probiert, hab schon auf gehabt, hab geguckt, aber ich find halt nichts. Weil da nichts wirklich ist. Und ähm... Ja, Autsch. Und jetzt muss ich mir notgedrungen leider ein neues Handy holen. Und ganz ehrlich, diese Ausgabe passt mir den Monat überhaupt nicht. Was hatte das Schiff mit der Condor-Fahrne gedacht? Gut, ich muss dazu sagen, es wird, ähm, kein 9.5 Nutra-Handy. Aber er kann doch jetzt rein! Okay, jetzt ist er doch wichtig. Oder Samsung, oder Schlag mich tot, oder... Ach komm, ich spiele im Auge. Ich kann doch einfach sagen, wenn du keinen Bock hast. Ähm... Nee, ich kann mich halt nicht entfalten. Nee, ich kann mich in den Chat schreiben. Geht nicht. Ähm... Nur mal so nebenbei. Meine Morgas fackt gerade richtig hart rum. Ich weiß nicht, wie's bei euch ist. Aber ich hatte teilweise, wenn ich, ähm, mit meinen normalen Fischen konnte, hatte ich teilweise nur das halbe Bild, oder nur so ein Ziteln des Bildes. Konnt ich sehen. Nur das, was vor mir war. Ähm... Und halt... Hat sie ganz richtig umgeflackert. Bei mir läuft's wie immer. Bei mir läuft's wie immer. Ich kann halt nur nicht in den Chat schreiben. Dieses Jahr... Safe. Also... Ich hab's vor. Ich hab's vor. Ähm... Wird's auch vielleicht erst am Ende des Jahres. Kommt drauf an. Ähm... Da gibt's einen... 4K... Ähm... Laserbeamer von Xiaomi. Und ganz ehrlich, den will ich mir definitiv auch nur ohne. Auch kannst du 1.800 Euro, oder? Ja, stopp! Pearl Henderson! Oh Mann, das ist aber ein Zufall, was? Wenn du so lange mit einem verrückten wie Duenn verheiratet bist wie ich... Ach, die kennen mir doch aus im ersten Teil. Ähm... Die Ausgabe für heute. Ähm... Für dieses Wochenende. Ich fahrts mich halt derbe an. Weil es sind halt auch wieder 100... 120 Euro die Flöten sind, ne? So... Das ist Pearl. Die haben wir übrigens im ersten Teil, ähm... In Syrien kennengelernt. Ähm... Mit ihrem Mann Duane. Der ist bisher ein... Gaga in der Binde. Da denkt er wär irgendwie... Geheimagent oder wie auch immer. Und... Der haben wir damals. Ähm... Jo, Akane. Vielen Dank. Ne? Ähm... Vielen Dank nochmal. Für den View. Ähm... Ich guck mal. Ich mach sowieso... Ähm... Ich glaub in so einer... Halben, dreiviertel Stunde mach ich Pause. Und dann... Mach ich dasselbe bei Dir. Ähm... Nein. Wie gesagt. Pearl haben wir kennengelernt. Mit ihm... So. Ne. Uh. Stimmt. Da hat sie sich versteckt. Ich bin aber alleine nach Hause, Junge. Das Meer-Monster in der ganzen Gegend. Als ich mein ganzes Leben hatte. Äh... Ich sterb. Ich sterb. Mhm. Danke. Mhm. Ich hab jetzt mal den Kirko dann auf 45 Sekunden gemacht. Einem Pass oder zwei. Ja. Von deinem Blutdruck war das ein bisschen. Sehr lange. Oh. Beinahe noch geschafft, ey. Ja. Hätte man den Pinken noch nie gefunden. Ich denke, bevor wir wieder rausfliegen. Hufig Stars. Hufig Stars. Hufig Stars. Hufig Stars. Es klingt jetzt auch immer rot auf, wenn jemand was geschrieben hat. oder r Heavy, der auch färgert werden würde. grapple sch Gothen und bl Starting Отschluck. Das war's für heute. auf oder das kurs wird der Fall okay wir kamen aus dem Welt Bucke Security gewendet was das ist auf jeden Fall der Linköte oder unterherberufen hä woher ich habe gerade auf die Camps geguckt und im nächsten Moment kamst du auf einmal aus der Ecke wo der Vent war also für mich ist dieser Story aus welchem Bereich denn also wo war der Vent den du Security also ich bin Security ja du hast es gesehen in den Kameraden er ist in deinen Raum reingewend genau er hat zumindest sah es so aus er auf einmal plötzlich in der Ecke unten war aber sah es so aus oder bist du dir hundertprozentig sicher ich kann es nicht sagen zu hundertprozentig aber wir sind sechs wenn wir jetzt den falschen jetzt habe ich nämlich schon weil du so safe hast auf ihn gedrückt aber wenn es jetzt der falsche ist das ist blöd ja aber wurde wer hat denn hier wer hat denn Senoblade und Jackie gekillt gute Frage was ist das Licht nicht gerade noch aus oder bin ich gerade mega verwirrt was ist das Licht nicht gerade noch aus äh Licht ging relativ schnell ab okay okay gut äh also ich bin's nicht sorry sorry da hab ich jetzt was sagt er jetzt jetzt ist er ja auch raus der Poke jetzt ist er jetzt wieder erreicht ja ja wenn der Imposter war habe ich ja gut abgesteckt ja wenn nicht dann äh ansonsten haben wir jetzt verloren weil jetzt äh sind wir umgerechnet ich kann kein von euch proben leider weil ich hab kein von euch gesehen ja ich hab eigentlich auch ich war alleine auf der ersten Seite ich war alleine links vermutlich also halt Poker halt auf einmal ne ich war gerade matten mit dem Panel und hab halt nur die Korte durchgeswiped und danach kommen ja gleich schon die Meldung ja haut auf das Herz der Karte hat er keine gerade was gesagt nö noch nicht ja ich hab nix gesagt so fuck jup also warum ist Arnie safe was soll ich das essen vielleicht haben wir jetzt schon verloren ne ich hab nix gesagt dass ich jetzt Mal eine Runde, wo ich nicht rausfliege. Wäre nett. Wow, Mann. Schmack, das ist noch. Prozent okay es war ich glaube es ist um ein weiterer Projekte von uns schon sehen ja wo ist denn da oben also wie ein security also ich habe gerade der schick das leid gefickt bin in die richtung fall an der engine hoch zu reaktor gelaufen und genau dort kam er halt in den gang zwischen und anderen kam er oben entgegen und dann lag halt da oben die leiche also fast kommen auf jeden fall nene er kam mir weiß ich so drei sekunden nach bevor ich reportet habe kam also ich habe leid gefixt bin hochgelaufen und in den gang zwischen an der engine und electrical kam mir oben entgegen bin dann hab halt gemacht an der engine hier dieses ausbalancieren bin hoch reaktor rein und da lag die leiche also ja das ist aber auf jeden fall mehr als drei sekunden weil ich stehe jetzt gerade schon wieder entschieden und war davor noch in der lektion gut ich meine 45 sekunden ja ich hatte nämlich erst gedacht weil du bist in elektrik reingelaufen ich habe dich da noch als ich rausgegangen bin habe ich dich da recht zu der türen stehen aber am ende war es noch mal den elektrik davor meine ich ja weil ich gucken wollte ob du da noch mal rauskommst oder vielleicht durch ein venter post ja okay habe ich halt den türsteher gemacht jetzt einfach mal so in den raum geworfen was ist wenn chris poker einfach nur geblamed hat als ob ich und so intelligent ich kenne dich nicht entweder hat mir mit arcane es kann ja sein oder poker ist halt ja richtig die möglichkeit gibt es ja auch noch aber mein poker bin ja auch gar nicht ich habe sowohl für poker als auch für arcane gestimmt also also hast du mir von Anfang an von raus also für mich wäre es halt jetzt chris weil er auf mich geht was ich aber ja ich möchte dass du jetzt nicht auf mich gehst du musst ja auf ihn gehen ja das ist ja deine einzige chance wenn du ihn posten also ich kann doch sagen was ich gesehen habe ich vertraue mal wenn wenn du gelogen kannst du einfach so scheiße das ist doch poker und ich dachte nur der ist sicher doch einfach ungünstig alles ja war ungünstig ja echt alles ungünstig was ist poker noch da ja 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 ich hatte es nicht ich hatte recht und ich bin eiskalt rausgezogen und ich bin eiskalt rausgezogen weil mir sofort vertraut und die die auf mich wohnten hatten kein recht doch nicht jetzt tut mir leid ich war schon drauf ich hab nur zwei der Leiche natürlich ist gewinnt irgendeiner musste raus sonst hätten wir auf jeden Fall verloren das Problem ist du hattest zu dem Zeitpunkt nichts gesagt du weißt was die anderen gesagt hatten es lieben es für mich legit ich war es nicht von daher ja man kommt ja auch nicht zu irgendwas zu sagen weil alle durcheinander reden stimmt ich müsste jetzt einfach stur drüber reden ja einfach der lauteste sein so funktioniert oh das kann ich aber da kommt keiner mehr von euch zu Wort das sag ich euch da mach ich aber seitens das aus ich war mal auf 42,5 Sekunden geh mal langsam runter mit dem fach nächstes Mal sitzen wir drei 10 Sekunden am Ende über 15 Sekunden 10 Sekunden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich hab Ian und Arkani vor uns zusammen in Navigations gesehen. Ich bin gerade noch an den Kameras und ich mein, ich hab beide Lucarios in den Kameras gesehen. War nicht zusammen, glaub ich. Ich hab vor 10 Sekunden, hab ich Adi noch in den Cockpit gesehen. Genau im Hintergrund. Äh, wart du mal in den Kameras an einer Stelle oder Gesamtkameras? Gesamtkameras, Gesamtkameras. Gut, war ja an einer Stelle, waren wir nicht. Ne, 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 hab ich ja gesagt, nicht an einer Stelle. Also Adi war eben noch vor 10 Sekunden rechts beim Dropship, äh, beim Cockpit vorne. Also Ceno war auf jeden Fall mit dabei, das weiß ich. Ceno und Arkani waren auf jeden Fall mit Navigations. Ja, ich bin jetzt nämlich, äh, links rum nochmal, hab Mate Break geguckt, ob da jemand liegt, hab in Camps geguckt, ob da jemand liegt. Aber in Camps bin ich gerade. Ja. Ja, das wollte ich auch reden, weil du bist mir nicht entgegengekommen. Ceno, von wo kamst du in Electrical jetzt gerade rein? Bist du von rechts oder von links gekommen? Äh, von rechts bin ich gekommen. Mhm. Ich bin, äh, ich war im Cockpit, bin links durch die Cafeteria, bin runtergegangen. Du bist nicht Cafeteria gegangen. Doch, bin ich. Und Arkani, du bist mir nicht entgegengekommen, wenn du in den Kameras warst. Das wundert mich gerade, deine Aussage wundert mich gerade. Ja, ich bin, äh, die Kameras haben gerade zum Schluss noch geblinkt, weil ich bin gerade an den Kameras. Das stimmt, das kann ich bezeugen. Also Swog glaube ich, dass er an den Kameras ist, weil er es direkt gesagt hat, auch mit. Und ansonsten hätte er ja nicht Jackie und mich gesagt, weil er sein ja dann zwei Griffe ins Blaue hinein, würde er es in Sicherheit nicht wissen. Ich weiß gar nicht, dass ich da nicht so ungefähr ausmacht bin. Also, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den ersten Kill gehen, dann ist doch nur noch, sind nur noch ich und Jackie verdächtig, stimmt, für Purke. Ja, aber... Den ersten Killings bei Security. Jackie kann es nicht mehr sein, dann wärst du ja nur noch du für den Kill. Darum kann es Jackie nicht sein. Stimmt, stimmt, wir wissen nicht, wie lange die Kills hier sind. Ja. Wobei, also Ali ist ungefähr zehn Sekunden alt, länger dürfte der nicht alt sein. Genau, genau, den habe ich auch noch gerade noch am Drop... Für mich sind es halt dann Xeno und Jackie, einfach weil ich erstens... Also ich bin für Jackie, weil ich weiß, dass ich Crewmate bin, und für Xeno jetzt, wegen der Geschichte, dass ihr zu dritt rechts in Navigation wart, und Xeno von rechts kam. Also ich würde auf Xeno gehen, wegen Ali. Okay, da... Ich würde... Oder für Purke wäre für mich dann Jackie. Ja. Ja. Ja, ich bin gemutet. Gut. Schieh. Kommt zwei. Hm. Ich will keine Poster mehr sein. Das ist jetzt das sechste Mal oder fünfte Mal. Smog warst doch nicht in den Camps. Ich musste, ich musste mal mit meinem Kill-Coudon und hab dich die ganze Zeit mit mir hinterher gelockt mit meinem Gewackel. Nein, ich dachte, dass du die ganze Zeit so, ja, ich hab dich in den Camps gesehen, ja, du willst jetzt auch zusammenlaufen. Ich war auch in den Camps, ich hab dich ja gesehen. Ich hab halt euch beide null fast mehr gehabt. Dann so, Jackie, ja, aber dich halt überhaupt nicht. Ja, ich hab mir beim Müll gedacht. Wie lange soll ich das Swog immer in Sass haben, weil Swog ist immer richtig krank als Poster. Ja, im Gegensatz zu mir. Es sei erst hundertprozentig, es sei erst hundertprozentig, nur weil er beim Double-Kill gesaved wurde. Das ist eine gute Logik. Entweder er ist tot oder es ist ein Poster. Moment mal, ich sehe ja gerade Pro-Kard, der ist ja auch nie gebürt, der ist auch nie verlegt. Die ganze Zeit extra so gewackelt, komm hinterher, komm, komm. Aber, Jackie, ich appreciate, dass du mich nicht gekillt hast. Äh, im Dunkeln hab ich, äh, ah nee, hab ich getötet. Na, mich hattest du getötet gehabt. Ja. In allerersten, die hat Drecki gemacht, ja. Ich hab extra was langsamer gemacht, damit es mal nicht so eine schnelle Runde ist. Jackie, du hast doch, du hast mich doch ganz knapp vor, du hast mich doch knapp vor dem Report gekillt, ne? Ja, waren halt schon ein paar Sekunden, aber ja. Theorisch hätte Arcani dich, also bei mir hätte Arcani dich sehen müssen. Ja, es war ein Licht aus. Dann hat natürlich Arcani's Story, dass er vorher noch in den Kamerawang waren, gut gepasst, weil ich den wirklich schon nicht gesehen habe. Ich hab Arcani mir schon in Gedanken gesasst, weil er mir am Anfang so übelst hinterher gecreept ist. Ich hatte so einen Schiss, dass er mich gleich umbringt und den Shields am Anfang. Das hab ich erledigt. Sorry, Ceno, nochmal. Ich hab... Ich hab dich halt gut. Alles gut. Ist das schon wieder ein bisschen? So. Ich hab dich halt gut. Warum stirbt der denn immer zuerst? Ich war gerade im Cockpit hier Kabel fixen und hab den auf jeden Fall dort tot liegen sehen. Im Cockpit? Hast du ganz recht, meinst du? Also hier in Navigation, mein ich. Also als Jackie und ich noch da zusammen waren, waren wir auf jeden Fall noch am Leben. Ich bin da... Wir waren gerade am Ende oben in auf den Fersen. Ja, das kann ich bezeugen. Ihr seid nach oben gelaufen, ne? Ich bin nach unten gelaufen. Auf den Fersen, die nicht später so nicht. Also als ich im Atmen los bin, warst du ja hier... Bist du ja gerade in der Konfeterialität. Ja, das ist ja auch noch nicht besser. Auf dem Weg zum Storage hat mich Omen gesehen und unten bei Shields ist mir noch Jackie begegnet, aber der wollte ich einfach fix weg, weil ich schon wieder Angst hab, gleich zu sterben. Ach so, nicht das mal hintereinander. Ich bin ausnahmsweise mal keiner im Poster, worüber ich sehr dankbar bin. Arcanic kam mir oben entgegen. Ich kam mir entgegen, genau. Aber aus Richtung Leiche. Ja, boah. Und ich kam aus der anderen Richtung. Das waren auf jeden Fall viele im Atmen. Ich bin jetzt da drin. Wo lag die? Die Leiche lag in den Navigation. Ach stimmt. Und du... Warte, du warst drinnen, da war keine Leiche, du machst eine Task, der Task ist fertig und dann liegt eine Leiche da. Nein, nein, ich... Ich stand... Ich stand ein Stück davon, weil ich habe gewickt hab. Navigation ist offen, wenn. Ach so, okay. Also schließt dich in Navigation, sondern du warst draußen, hast die Kabel gemacht, bist dann rein und bist dann die Leiche. Navigation kannst du auch rein, wenn. Nach der Task hatte ich halt nur außerhalb meines Lichtkegels gesehen, dass da wer liegt und bin dann natürlich gleich hin. Sag mal so, was würde das für ihn machen, wenn er da alleine war? Check, wie wirst du hin, nachdem du bei Oxygen warst, also bei O2? Shield habe ich gemacht mit, ich glaube Arcani? Nein. Oder Ali? Nein, wir waren Shield. Wir waren, also wir beide waren auf jeden Fall zusammen Navigation mit Poke, das weiß ich. Ja, genau. Ich habe dann Shields gemacht, diese vier Punkte antippen und jetzt gerade bin ich in Storage am Müll unten. Ja, gut. Du bist, ja stimmt, du bist nach unten gelaufen und ich bin da kurz danach nach oben gelaufen, bin Richtung Cafeteria und habe dort Arcani gesehen. und da war auf jeden Fall Poke noch am Leben. Also du bist, bist wo nach oben gelaufen? Rechts oder in der Mitte? Ich bin, äh, nicht O2 rein, sondern den Gang hoch und dann über Cafeteria bin ich Mad Bay gelaufen und habe da diese Reagent-Flaver gerade gemacht. Das ist jetzt die Frage, was voten wir? Noch, also theoretisch können wir einmal skippen, weil es nur einer gestorben ist. Nicht nur theoretisch, wir sollten skippen, falls, wenn wir den falschen voten, haben wir verloren. Dann haben wir verloren, ja. Aber ich werfe jetzt einfach mal kurz Xeno rein. Hey, dann sag ich Omen einfach. Wenn er mir gefolgt ist. Dann bin ich bei Swag. 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 Per Discord und dann wird man getötet. Meine Freunde, die mitspielen will? Ne, leider nicht. Die spielen in einer anderen Runde Among Us später. Schade. Zeno, hast du den Hinweis mit dir zu verstanden? Ja, ich glaube schon. Ich hatte wieder die Seite und lag tot auf dem Gesundheitsscanner. Ich wollte gerade in Mad Bay reingehen. Eine Sekunde früher. Ich war gerade mit Zeno und Chris alleine. Ja, ich bin wieder da, ich bin noch mal kurz rausgegangen. Ich dachte mir so scheiße, wenn jetzt noch einer reinkommt, eigentlich Doppelkillmöglichkeiten, aber wir hätten dann noch einen gebraucht und Killgudern. Und da dachte ich mir so, ne. Ja, er lag schon ziemlich lange auf dem Mad Bay. Mir war sehr leid, aber... Dann ist Spock rausgegangen und ich habe die Tür zugemacht. Und dann war eigentlich die Message eindeutig. Dope Kuh. Entschuldigung. Wieso bin ich in so dope Kuh? Achso, du meinst nicht mich. Ne, ich meine meine Schwester. Ach jetzt schon, weil ich auch so wenig zum Kill freigegeben habe, mehr oder weniger. Ne, ne, alles gut. Ich verzeihe ihr. Du musst halt noch ein bisschen warten, ne. Würde ich auch sagen, wenn ich vorher den ich nicht mit dem Treffer gekillt habe, gefühlt. Ja, nie, nie, nie. Ali, bist du da? Ali, bist du da? Ali, Ali. Ali, Ali. Ich glaube, er ist austreten. Ali. Oh, eine Nachricht im Shit. Pokémon Power. Oh Gott. Kann mich jetzt überraschen. Beim zweimal Lucario ist er schon wieder... Das ist voll nice. Ja. Weil ich kommt nicht mal wieder rein. Das ist voll geplant gewesen, ja? Ja. Aber Arcani ist gegenüber Lucario fort. Aber gegen zwei nicht. Außerdem kann Lucario Knochenhatz, was Arcani auch alldurch sehen lässt. Wir haben die Power des Lucarios und des... Wie hast du es vorhin genannt? Adam und Eva? Ja, haben wir genannt. Wir haben die Power von Adam und Eva und Lucario auf unserer Seite. Das Problem ist, Arcani hat gegen Mega-Lucario Knochenhatz. Ja, stimmt. Da habe ich gerade erst gemeldet. Ah, okay. Stimmt, wir haben eine Mega-Entwicklung. Los geht's! Los geht's! Aber wir sind ein legendäres Pokémon. Als aber, ich bin legendär. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 hast du vorher noch mal umgeschaut ob noch was gesehen hat ich bin bei kameras hallo wer ist an den kameras ich war gerade an den kameras ich bin jetzt runter richtung licht stehe kurz vor lecker erst gedacht pkatschow wäre imposter weil er beim ersten reaktor also beim reaktor ist er nach rechts gerannt statt nach links ja genau ich dachte es wäre so tun nicht okay also sind beim ersten reaktor ziemlich genau nach links gerannt und zwar zeitgleich um wird ich tatsächlich rausnehmen wir waren die ganze zeit rechts das kann er zeitlich nicht geschafft haben also sehen und oben habe ich auch lange zusammen gesehen immer mal wenn ich an ihm vorbeigelaufen aber zwei das ist das problem dass wenn die zusammen rumlaufen beide sind im poste ist auch egal oder wenn einer guter kirkudan hat ich habe eben auch chris als alibi genommen ja das ist die frage ist hat irgendwer gäbe noch gesehen wie kannst du euch das letzte mal weil wir da eingesperrt waren und ich habe zuletzt am atmen pult gesehen hat sich mein kartenswip gemacht habe da noch nicht mehr ist das was dazu denn gemacht bist du ruhig du bist auch gemütet okay das ist immer noch gemütet ich werde tatsächlich auch also wegen der anfangsreaktion von akarni würde ich ihn auch ausnehmen auch ich sehe und bin ich lange rumgelaufen ich würde auch jackie ich sag so wie es ist tschuldigung das habe ich jetzt euch nicht gesagt ich war auf jeden fall mit akarni mit akarni genau mit ali zusammen und wir waren elektrische gemeinsam und ich bin rausgegangen während er noch oben eine task gemacht hat und bin richtung reaktor gelaufen habe dort meine task gemacht und bin dann halt eben wieder runter mitgelaufen weil es nicht aus war und dann lag er oben tot ja kann halt sein aber zu spät gelaufen ist gelaufen ist gelaufen ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe nicht gelogen, ich habe gesagt, Zeno war die letzten 10 Sekunden mit mir und dann habe ich ihn einfach nicht mehr erwähnt. Ich meine auch nicht die Geschichte mit Zeno, sondern wo ich gesagt habe, hast du oben geguckt und ob da was war, hast du gesagt, nee, das habe ich nicht geguckt. Ja, aber das ist dann halt blöd, ne? Und dann ist der Zeno sofort reingesprungen und hat gesagt, nee, nee, die war oben, die war oben. Und für mich sieht das dann so aus, ja gut, du bist rausgebrochen, die Runde ist nicht vorbei. Aber wie gesagt, das hätte ja auch Christ sein können, deswegen. Ja, natürlich, aber das hat dann halt gepasst zu der Geschichte davor, wo der, nee, nee, oben war ich. Das hat mich so ein bisschen in die Karten gespielt. Akane, tut mir leid, ich habe einfach vergessen, mich zu entmuten und fliegt deswegen raus. Das war noch nicht mal mit Absicht, ihr hättet ja vor allen Dingen auch noch an mir geglaubt. Ich bin extra oben Security und da stand halt der Akane. Der hatte mir so, yo, gehst du raus, machst Licht raus und gehst dann halt wieder zu Electrical, wo halt die Leiche liegt. Und ich bin da ganz zufälligerweise hingegangen. Ja, und Boke kam uns entgegen, dachte ich mir, okay, komm, den Snacks mit dir noch und... Aber wie fehlt denn jetzt hier wieder? Boke. Boke, komm, wir töten dich jetzt jetzt. Pikachu! Wir haben gerade eine Zitrone nach mir geworfen. Aber ran dauernd Reaktor an und ich dachte, mach doch Licht aus. Boke, komm, komm, komm. Okay. Oh Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann es nicht sagen, es sah gerade so aus. Mit 100%iger Wahrscheinlichkeit kann ich das leider nicht sagen. Das hier ist die Runde. Das ist die Runde. Die Runde ist fertig. Das ist das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so schluss er hat die rechte Ja, ich war gerade mit hier Ovo selber auf dem Weg zu Electrical rein und da lag jemand, da lag der Xenoblade, genau. War ein schlauer Kill. Warum? Aus meinen Augen, weil ich konnte ihn als einziges proben, dass er safe inno ist. So meinst du das. Ich dachte gerade, ja. Jetzt verwirrst du mich. Xeno und ich hatten immer dieselben Tasks, deswegen konnte ich ihn relativ proben. Und er hat jetzt Zeitversetzt gemacht. Also ich habe jetzt rein theoretisch das was gemacht, was Adi gerade oben gemacht hat, jetzt verstehe ich auch mit dem Fuel. Neben dem, wo du das stabilisieren musst, ist das so ein Einfüllbutton. Das hatte ich bis jetzt schon immer recht selten, deswegen habe ich es vergessen, was habe ich gemacht. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin und runter zu. Aber mir ist keiner entgegengekommen und ein Security habe ich halt gemacht. Fuel ist Alternative Electric oder wo bist du? Ich bin gerade, ich wollte, also ich war gerade Security, habe auf die Camps geguckt, dann kam der Report. Ich wollte aber gerade drunter und das andere auffüllen. Ich war jetzt zuletzt im Admin Raum. Da war ich mit Pikachu drin. Ich war zuletzt im Upper Engine und habe dieses, wo man das gerade ziehen muss, gemacht, was man oben und unten macht. Ich bin jetzt in Navigation. Wo warst du? Ganz unten links in der Ecke, wo man auch Öl oder wie das heißt, auch Öl, wo man aber auch das gerade macht. Ja, okay, gut. Genau, wie das heißt. Genau, und hier Locario, Uwu kam ja zur Security rein, da hatte ich vorher auf die Camps geguckt und nichts gesehen gehabt und als er reinkam, habe ich den Raum dann verlassen. Um dann halt, als ich dann gemerkt habe, dass es dunkel ist, halt runterzunehmen und mit hier oben. Also sind wir ja gerade in der Tat. Jeder kann, jeder schützt gerade irgendwie jemanden. Nein, ich habe keinen, der mich schützt. Ja, aber... Nee. Ali, wo hast du? Ich war erst bei Reaktor, hatte die Task nachgemacht, die ja durch den vorgehenden Report unterbrochen wurde. Danach habe ich bei Security auf die Camps geguckt. Dann, wie gesagt, ist ja hier Uwu reingekommen. Da hatte ich ja dann Security verlassen und gemerkt, dass es dunkel ist und bin dann zusammen mit Uwu in Richtung Electricity gegangen. Äh, warte mal. Uwu ist reingegangen. Hast du mich gesehen? Nee, ich habe über die Camps gesehen, wie er reingekommt. Also, wie er reingehen wollte und da bin ich gerade raus, weil ich mir dachte, na gut, dann kann er ja dann weiter auf die Camps gucken. Aber von Electricity kann ich schnell in Security rein... Also, ich habe dich zum Beispiel nicht gesehen, als ich reingegangen bin. Es war ja nicht aus. Ja, aber dann müsstest du mich in Endgang gesehen haben. Wie bist du dann aus Security rausgelaufen? Oh, ey, es gibt's doch nicht. Ja, Entschuldigung, ich sage nur, dass was... Okay. Wie gesagt, ich bin der Meinung, die von Benton zu drehen haben. Mal ganz kurz, wieso hab ich einen Kill Cooldown von 50 Sekunden nach Mitte? Ja, hab ich auch, weil Kill Cooldown auf 50 Sekunden eingestellt ist. Ja, aber als du, immer als wenn du killst, ist mein Kill Cooldown noch niemand ansetzt. Obwohl, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es ist auffällig gewesen, dass Poke nicht tot war nach der ersten Runde. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, danke schön. Alter, Spock und Poke dachte ich mir auch schon, wollte ich so sagen. Ja toll, alle schützen sich dann bestimmt auch die beiden Imposter und die beiden, die sich halt in Anführungszeichen gesagt haben. Spock sagt, ich war mit Poke zusammen, Poke sagt dazu nichts, war halt schon so ein bisschen. Ja, wir waren auch vorher zusammen und haben sie dann auch zusammen den Lacktrick. Wir waren aber die ersten, die da waren. Dann hab ich gesagt, okay, der erste, der jetzt reinkommt, den kill ich. Das war dann Zeno und dann wusste ich ja eh, dass er erst reportet und dann Licht an macht. Weil sonst hättet ihr Poke noch vor dem Ding sehen können. Das war, mein Problem war, ich war für die Hälfte des Videos gemutet, was ich erst später gemerkt habe. Weil ich habe halt, ich habe mein, ich gemute mich jetzt mit meinen Kopfhörern, damit ich auch nicht aus Versehen den Discord, äh, Channel schließe. Weil das scanne ich mir auf dem Tablet, das ist mir schon etwas passiert. Und deswegen habe ich eine Zeit lang nicht bemerkt, dass ich noch mutet war. Äh, Ali, ich hab dich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich kam dir entgegen, ich hab gesehen auf den Camps, wie du dort einbogst. Und immer, wenn ich in Security bin und ich sehe, es biegt ein anderer Spieler ein, verlasse ich immer Security. Weil ich mir denke, er kann ja weiter auf die Camps gucken. Und es war halt das Licht aus, ich weiß, ich bin dir dort entgegengekommen. Ich hab halt durch das Licht aus gesehen. Und ich dachte mir, dass der Gang halt so klein ist, dass man... Und ich hab das nicht gesehen, dass der Gang, der aus dem Weg, der kann man aber auch in Camps reinwenden. Auf welche Sprache habt ihr morgen aufgestellt? Englisch ist es. Ich hab hier Englisch. Bei mir kann ich's auch nicht auf Deutsch stellen. In, 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 in Einstellung, wenn man nachher, wenn man nachher draußen ist. Dann kann man das auf Deutsch stellen, ich weiß nicht wieso. Ich bin jetzt in der Besatzung und nicht Crewmates. Ich war bei, oh Gott, komischer Haken am Morgen. Achso, Leute, ich wollte nur kurz vorhin gemerkt haben, ich kann heute nur bis 22 Uhr. Dann kann er das jetzt ironic. Dann kann ich CIEA sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange der Tod ist. Wenn sie sagt, das ist schon eine gewisse Zeit her. Also ich persönlich tippe auf 15 Sekunden, weil er ist halt nach links gelaufen und ich gehe mal nach unten. Oh, das kannst du mal unten bei Communication gesehen, aber da habe ich auch nicht gesehen und den anderen Lucario, die Lucario-Modes habe ich da gesehen. Hast du Boka auch unten beim Trash gesehen? Boka habe ich auch unten gesehen. Gut. Akani, bist du da? Ja. Welcher? Äh, meinst du? Ja, in der Cafeteria stand er noch die ganze Zeit am Tisch. FW hat's gesagt, er fliegt raus. Ach so. Ok. 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 Aber das hat jemand gestorben, kann natürlich sein da sind ja nur ein AFK-Killer, da ist ja nur einer tot. Das hat ja bei mir auch gesagt und Gott sei Dank einmal recht gehabt, das spricht jetzt nicht für einen kompletten Wahl und bei mir war's auch nicht absichtlich. ich gucke Ja. Das war's für heute. Ich war gerade auf dem Weg zu Electrical und habe hier gerade hier OVO tot gefunden. Also ich habe sie nie direkt gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der Report-Button aufgeleuchtet hat auf einmal mit einem Dunkel. Äh, fast auf oben. Warum? Weil ich dich gerade runter gesehen habe. Ich habe Swog unten in Storage gesehen und du bist genauso zeitgleich da runter gelaufen. Ach, ja, okay. Ja, aber ich bin nach rechts. Äh, habe ich nicht ganz gesehen, aber du bist auf jeden Fall runter gelaufen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, Swog stand an den Cables in Storage. Ja. Und Gorgmpl, der ist jetzt dran. Aber Ali, du hast, du hast Braun gefunden, ne? Nein, ich habe hier OVO gefunden, ne? Bist du, äh, in Storage, ja, wahrscheinlich links lang dann. Nee, ich bin, ähm, äh, ich war hinten bei Reaktor und bin hier Lower Engines die Richtung dorthin. Ach so, okay. Lower Engines? Über, na, Reaktor, Lower Engines, dann ist er rechts gleich Electro... Du, ich kann. Das Kabel, die Größen bitte. Ja. Na, weil über Reaktor ist es ja der kürzeste Weg von dorthin. Also, ich weiß, dass ich mit Jackie oben in Medbay war und ich rechts gelaufen bin und sie links, weil ich halt auch nicht ganz vertrauen konnte. Das ist aber schon ewig her. Pikachu schreibt gerade, wie der Reaktor ist. Ich habe es ja auch gesehen. Ähm, dass ich von Reaktor übrigens aufbracht, kann Pikachu übrigens mitbezeugen. Ich würde sagen, Gabe war doch auch da. Könnte aber auch wieder, hm, Impostor-schiffen Poster sein. Äh, ich, wie gesagt, ich bin doch nur auf den Weg gewesen, weil ich das Licht klicken wollte und hab die Leute halt nie gesehen. Also, oder eher den Report-Button gesehen und sie direkt nie. Ist Akkani jetzt eigentlich da? Ja, ich bin wieder da. Okay, gut. Akkani, wo warst du? Ich bin jetzt, äh, wie heißt's, ich verwechselst, wenn wir oben bei Lower Reaction, Upper Reaction, ach da oben. Also, bei dem oberen Triebwerk. Da müsstet ihr ja aber rein theoretisch, äh, Pikachu und Ali entgegengekommen sein. Da müsst ihr euch ja rein theoretisch gesehen haben. Ich hab nix gesehen. Hä? Äh, wenn ihr beim oberen Triebwerk war und ich lauf übers untere. Ach, ihr lauft übers untere ran. Ich dachte, ihr seid zum unteren, da nach Reaktor hingelaufen. Ne, ne, wir sind von Reaktor über das untere Triebwerk Richtung Elektro-Dings da gelaufen. Hm. Ich würd tatsächlich Gabe nehmen. Ich auch. Weil, Gabe, die letzte Person, die ich mit Jackie, äh, noch im Reaktor gesehen hab. Ich hab die beiden... Du musst die einen, die wir in den Reaktor gesehen haben. Ich würd' es skippen. Nein, würd' ich nicht. Jetzt wird spannend. Wenigstens musstest du nicht alles alleine machen. Ja, ja. Ich seh' dich dann auf die Runde schon. Ich hab' euch gesagt, Arcanic Killer in der ersten Runde ist nur einer gestorben. Ähm, was für ein Schubball ist das denn? Wenn ich komm' hin, denk' mir, oh, fuck. Ich sag' jetzt euch auch noch. Gut, die Zeit ist ran. Ich muss mich da leider für heute verabschieden. Wollen wir da zu lieb weiterspielen mit nur einem Post, oder wollen wir irgendwas anderes wie Skribble oder so spielen? Dann auch gerne Skribble oder Gartic Frauen, wenn ihr wollt, ist das egal. Mir ist das auch egal. Wir haben ja jetzt schon ein paar Stündchen im Mongas und morgen ist ja wieder ein Abend. Ich bin immer ein Poster geworden, häufiger als gestern. Ich bin zufrieden. Gestern bin ich immer aufnächst und nur einmal zufrieden. Hat Fangen gemacht. Schönen Abend noch und... Ja, bis demnächst. Warum bin ich gefrieden? Ciao. Tschüss. Weil die im Poster in der Überzahl waren und nur gehofft haben, dass ein Unschuldiger gebotet wird. Na, ich hab halt momentan gehabt, aber er hat halt eben so gesagt, ja, das stimmt, weswegen ich mir so gedacht hab, ja, verspätet, aber... Und warum war ich das? Weil wir zwei Poster auf dich gebotet haben. Ne, also, du warst halt, du hast halt für mich ganz gut reingepasst, dich zu verdächtigen, einfach weil ich, äh, du warst halt die letzte Person, die ich links noch gesehen hab. Warte, das sind ja nur sechs. Okay. Ja, aber ich war ein bisschen, bis zum Glück heute in den Reaktor. Ja, aber das weiß man nicht. Ich hab ihn auch. Ein Zeiger, ich verschluckt. Das... Nicht sterben. Okay. Was spielen wir denn jetzt? Äh, wir können mal ein wenig gerne irgendwas anderes schlucken. Der arme Chris stirbt gerade. Hallo, ist für mich. Ist nun Luca. Wollen wir noch ein Luca? Wollen wir Gartig vor uns schlucken? Hätte ich auch vorgeschlagen, weil ich hab das noch nie gespielt, bis jetzt. Wer wäre denn alles dabei? Ich wäre dabei. Also, ein, zwei gute Uhr, ich würde auch mitspielen. Ich auch. Ja, mit dem Schwinger Gartig vor uns. Weiß. Das ist falsch nicht. Wollen wir doch nicht wechseln wir in den Channel, oder bleiben wir in dem Channel schnell weg? Ach, wir können jetzt ruhig hierbleiben, oder? Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Und wie ist es noch nicht los, dass wir jetzt dafür in den Channel wechseln müssen? Ich bin auch mal ganz kurz weg. Ich muss auch mal. Ja. Alles gut. Ich mach hier einfach ein Lobby auf. Ja. Äh, bei... Äh, bei... Du musst dann einfach nur den Link in die... Äh, ich weiß. Okay, gut. Ich muss erstmal erstellen. Bei Gartig vor mir den jetzt mal raus. Wer geht jetzt? Zeno? Ja, ich geh. Okay. Ja, dann, äh, vielleicht bis morgen? Ja, bis morgen. Alles klar. Schönen Abend euch noch. Vielen Dank. Auf. Tschüss. Tschüss. Wow, du hast voll das geile Hintergrundbild. Voll ästhetik. Danke. Danke. Nice. Ah, jetzt geht's. Ich... Okay, ich... Äh... So, dann... Bleiben wir hier, oder? Ich war gerade... Wir bleiben hier. Äh... Okay, auch nice. Äh, ich hab jetzt aber den Link in den Gartig vor dem Ding ins Regeln. Ja, ja. Äh, das muss ich jetzt nicht verschieben. Äh, Obal hat gerade keinen... Er hat gerade rausgeflogen. Ja, gut. Wir können ja versuchen wieder reinzukommen. Hier geht hier, glaube ich, ja nicht zu. Glaub ich. Naja, eigentlich nicht. So, jetzt krieg ich das nur noch... Gartig vorhin hab ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gespielt. Ich hab auch erst drei, vier Runden oder so gespielt. Aber, ich mein, im Prinzip geht's ja eher normal. Und das kann ich besonders schlecht. Ich auch. Räum mit der Maul. Kann man das irgendwie auf Vollbild machen? Ach, jetzt geht's. Guck mal, wenn mein Laptop irgendwie weiter wechseln vom hier. Ach. Wieder da oben? Jo. Doch? Gartig von Channel, ja. Ja. Ist der Link. Genau. Oh nein. Ah. Warte. Ach, das war mein Tablet gerade, was so laut war. Ja. Guck mal. Ah. So macht so viel Geschäfte hier. Ja, nehm ich dich. Omen fehlt noch. Ich würde auch noch dazu kommen, wenn ich darf. Natürlich. Ja, nehm ich. Nee. Nee. Ich bin... Nicht mehr. Mein Hirn ist eh tot jetzt erst mal. Und. Und wie lief? Verzeichen. Wie lief? Na, dritter von 69. Boah. Ich hab's schon nicht. Spaß. Und die haben mir gesagt, das ist das mit Abstand lustigste Deck gewesen. Was hast du gespielt? It's the Giants. Ich hab alle weggeprügelt. Kriegst du als dauernd Preiswelt? Ich krieg ein paar Preise, ja. Warte mal, ich kann ein paar Sleeves und ein paar Booster? Nicht Booster, ne Deckbox auch noch. War es auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch, Jürgen. Okay, bei uns bekommt der Gewinner, bekommt bei uns, wenn wir bei Yu-Gi-Oh! Turnieren machen, bekommt der zwei OTS-Packs anstatt nur eins. Du machst Yu-Gi-Oh! Turniere? Ich bin als Spieler ab und zu mal mit dabei. Ach, wie cool. Ich hab mal 600 Karten zu Hause. Yay, Yu-Gi-Oh! Fan! Ich hab früher ganz viele Turniere gemacht. Ganz, ganz viele. Als das noch richtig in war, hab ich richtig viele Turniere mitgemacht. Ich hab meinen Clip reingeschickt. Das war in meinem, äh, im Halbfinale. Game 2. Wo können wir reichen? In allgemeines der drin. Wir sind für sechs im Channel, aber sieben im Spiel. Ja, wir sind sieben im Channel und sieben in der Logite. Willst du das unten in der Kamera? Äh, nee, das ist Solaris. Der Streamer. Ich bin der oben mit den Giants. Klar, okay. Bei mir fehle ich im Channel. Okay, gut. Ah, nee, warte, warte. Wir spielen ja jetzt. Dann mache ich jetzt erst mal hier. Ja. Ich hab das noch nie gespielt, ne? Wollen wir keinen Zeitdruck machen, wenn die noch nicht gespielt haben, oder? Doch. Ja, es bleibt normal, reicht. Ich spiel's normal machen. Du brauchst ja ein bisschen Druck. Ja. Ohne Druck, ein Langweil. Den Diamanten, hab ich gehört. Okay, wir spielen nun Bitcoin. Äh, äh, äh. Ich hoffe, ihr macht keine schweren Sachen. Natürlich, nur. Selbst einfach ist es, wirklich schwer zu zeichnen. Ja, mal gucken. Okay, also ich, ich, ich kann so nicht zeichnen, aber ich kann, äh, Animes zeichnen. Also ich zeichne Anime-Figuren. Oh, da kommt meins ganz gut, denke ich. Ja, meins auch. Ja, meins nicht. Oh, stimmt. Normale Sachen zeichnen. Ja, hallo? Äh, äh. Ach, du Scheiße. Ich, weil, nur mal so, weil ich Personen meinte, die meisten ziehen die meistens aus wie auf Wish bestellt. Das ist gut. Das sieht bei mir auch aus. Da muss ich mich nicht schämen. Ja. Oh, Tim. Ich kann das für nicht zeichnen. Nein. Kann ich das irgendwie... Scheiße, ich kann das nicht ranzoomen, ob man tippt hat. Das ist ja schon wie ein Drei. Danke schön. Immerhin. Wollen wir mitschreiben machen und ohne, also so einzelne Sachen dazuschreiben? Ich würde sagen, ohne. Wenn wir nur einzelne Buchstaben höchst. Ja. Okay. Ich würde sagen, aber eine Wortkette von drei ist bei mir okay. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr ganz genau um... Nein, wie der aussieht. Scheiße, das sieht furchtbar aus. Bei meinen kriegst du ein Grafikstab. Die werden mich gleich so hassen, wenn sie diese Figur sehen. Wäre es vielleicht einfacher, wenn wir einmal irgendwie eine Liste machen mit den Among Us-Figuren, wie wer aussieht? Das sollten wir dann vielleicht in der nächsten... Ich bin hellgrün. Ja, dunkelgrün. Mann, den Gott! Ich bin immer gelb. Ich habe überall immer so eine Lücke auf, ne? Füllte mal das ganze Bild mit der Farbe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mal sehen, ob den irgendjemand erkennt. Ich glaube, es ist so. Also das habe ich gedacht, dass es eher aussieht wie eine fette Ente, als dass es es sein soll. Meins wird gleich auch. Ich habe keine Ahnung, was es als das was hier sein soll. Mir gefällt es. Ich weiß nicht, wie der genau aussieht. Aber so hätte es Darwin nicht durchgehen lassen. Gott. Ich bin einigermaßen zufrieden. B-E-T-F, was soll das denn sein? Ah, Gott. Ah. Äh. Mal ganz. Oh Gott, wie heißt du? Wie? Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, dass es kann abgebildet wird. Oh Gott, das geht ja. Hui. Oh, welche Farbe hat Schatz denn? Ach, es wird mein Blau. Ihr wollt mich doch jetzt. Ihr wollt mich da lieben. Oh Mann, ey. Ach nee, ihr kommt schon. Hey, das kriegt ich vielleicht hin hier gerade. Ihr wollt mich doch einfach echt nur blamieren, oder? Ja. Ja, das war das Ziel. Nee. Nee. zack, zack, zack. Okay. Es tut mir irgendwie immer leid für denjenigen, der meine Bilder bekommt. Denk ich mir auch. Mir auch. Bei mir ist es genau dasselbe. Ich glaube, das erkennt man. Ich hoffe, meins erkennt man. Ich kann kein Unzeichen malen. Was ist mit mir? Was kannst du nicht malen? Ein Unzeichen. Doch. Auch männliche Unzeichen. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir mal in Latein gelernt, wie man das malt. Ist mir jetzt auch egal. Lateinische Symbol für N. Ich kann gar nicht mal inhalten, von daher. Nein! Ich hab schon viel Fahrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das Symbol mit der Maus hinkriegen würde. Ich krieg gar nichts mit dem Maus hinkriegen. Oh Gott. Ich male nur mit der Maus hinkriegen. Das ist, was ich meinte. Das ist, was ich meinte. Was zur Hölle? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, ihr werdet nicht hassen. fuck ähm okay oh wow ah nein nein ich umzeichnen oh Gott ist da gerade eine Katze? ja geht jetzt gerade nicht Katze Katzen sind toll Katzen sind toll, ja ja, Katzen sind wunderbar so werden sie gerade keine Diva-Phase haben ja, das ist schlimm also nie was? was? also nie oh Gott, das sieht so hässlich aus oh mein Gott, wie soll ich das mal also wenn dieses Lebewesen beziehungsweise dieses Objekt nicht schreit, bitte tötet mich oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott Geist, ich möchte nur anmerken ich kenne mich mit Pokémon aus äh, das klingt schon jetzt falsch also er hat irgendwas gezeichnet was man nicht erkennen kann also das ist jetzt mal das einfachste zu zeichnen hat dir jemand Akani zugeschoben äh, ich zeichne die Scheiße das muss ich mir auch einfach beschreiben nein, ich kann nicht zeichnen aber das war einfach oh Scheiße oh Gott, du wirst mich haffen dafür Akani hasst mich sowieso schon ja, jetzt hat er wir waren an sich genauso wie mich Chris und Jackie hassen werden also äh, keine Ahnung was wow, kannst du schön malen das hab ich nicht gemalt achso das hab ich schrecklich gemalt schrecklich sorry ja, was was war so jetzt wird's witzig kann nur besser werden ab jetzt okay, immer der da dran ist die Spoh, oder nee, du kannst das vorlesen lassen das ist noch viel lustiger oh ja ein verletztes Akani auf Krücken oh mein Gott achso ich weiß, wo mein Trend ist das sollten Krücken oh nein, 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 nein achso es sieht das denn es sieht aus wie ein Pferd aus einer Möchung von es geht halt auch es wurde erkannt es wurde erkannt naja, so ein Blume ich wusste zu glauben was das sein sollte ich hätte gedacht jetzt die erste Person sollte dann auch ein Akani malen Lucario, beißt denn einen ab? Oh mein Gott, das ist auch scheiße. Entschuldigung. Okay, ich weiß, was am Ende war. Jemand ist da, okay. Ich hab's nicht ganz erkannt. Oh, scheiße. Das kann nur schlechter sein. Oh mein Gott, das ist auch scheiße. Das geht aus, wie dieser Dornes rein. Jesus hat eine Tomate und ist da rüberdückt. Okay, ich hab's nicht so sehr krass. Jesus hat eine Tomate. Grüne Palme mit Einhorn. Oh, scheiße. Sehr schön gezeichnet. Ich gedacht, das ist gut geworden. Man erkennt's doch. Ja. Pinkes Einhorn auf Palme. Oha. Das ist voll gut durchgegangen. Ja. Nein, ist noch nicht fertig. Rosa Einhorn steht auf einer Palme. Okay. Das ist trotzdem ganz gut. Nicht schlecht. Das war ein Playtest. Ich weiß nicht. Das hatte ich immer nicht. Voll gut gezeichnet. Wieso kam das nicht bei mir? Das kam bei mir auch nicht an. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was das ist. Können wir das fliegen? 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 Ich weiß nicht. Können wir das fliegen? Jemand lässt ein Drachen steigen? Es gibt's ein Lied von Zettokalb und der Kopf rein und die Ex-Face. Das vernünftet das. Das Zeug auch als Gist speichern können, ja? Ich kann nicht zeichnen, ich wiederhole es nochmal. Lucario Uwe und Lucario Uwe. Ja, ohne Speichern. Also, ich finde... Achso, okay. Jackie und Chuck's Among Us. Hallo! Er ist jetzt ungünstig, weil Torkin nicht dabei war. Ja, ich kann euch nur das letzte Mal, als ich dabei war. Es findet Braun. Jackie, verdächtigt. Also, Akadi, tolle Crew-Mates, muss ich sagen. Die sind so dünn. Vielleicht das Spiel für die Imposter. Hä? Die Crew-Mates können dodgen. Scheitama One Punch Man geht einkaufen. Das ist natürlich okay. Nein, ich bin doch auch zufrieden. Okay. Ja, gut, ne? Das war jetzt auch wieder Akadi Man. Ich bin doch reinkaufen. Ach, das soll das sein. Herrlich. Frau geht aufreisen. Ja. Frau. Oh Gott, nein. Nein. Oh mein Gott, die ist so cute. Ich liebe die. Was? Ich habe jetzt gar nicht Frau gelesen. Ja. Ich verstehe diesen ganzen Satz nicht. Ich auch. Ich habe falsch im Heißen. Kein falschi. Kein Fallschirm, soll das heißen. Ein Bus fährt in die Explosionsfabrik. Ah, was. Also, das ist normal. Das kam bei mir auch nicht an. Das habe ich anders verstanden. Ich habe das Bild bekommen. London-Doppeldecker-Bus übt Anschlag aus. Ja. Ist das so groß? Oh Gott. Okay. Ich habe mich verklickt. Ein Feuerwehrauter überfährt zwei Leute. Ein rotes Bild mit ein paar blauen Punkten. Feuerwehrwagen. Den habe ich erkannt. Zwei Leute ziehen ein Feuerwehrauto. Ziehen wir mal? Ja, ich wusste nicht, dass die überfahren werden, aber... Oh, das hat Spaß gemacht. Oh Gott. Die können ja vielleicht mit einem Thema... Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Bild, der noch teilschen kann. Thema Pokémon. Ich hätte jemanden noch ein Thema vor... Ein Thema vor... Oder zwei Themen kombinieren. Okay. Oder wir machen... Ja. Oder wir spielen Geheimnis. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Da machen wir auch schwarzen Bild. Das ist voll schwer. Das würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen. Okay. Also Geheimnis, das sehen und nicht was wir schreiben und nicht was wir zeichnen. Ja. Vielleicht sonst auch einfach nochmal eine freie Runde machen und dann ein paar Themen. Ja, können wir auch. Ja, auch recht. Habt ihr nicht da ungefähr einen Satz? Nein. Nee, ich muss auch... Ja. Okay, unter Zeitdruck? Fuck off. Ah, 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 ah. Scheiße, Alter. Auf Zeitdruck kommt ja nur ein Müll raus. Ah, 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 ah. Kann ich verstanden. Ich hab was. ich bin mir nicht sicher ja sag es einfach nochmal Nein, äh. Oh mein Gott. Gesundheit! Danke sehr. So. Ach, Mann ey. Ich glaube, ich zeig das. So. Äh. Ich will schon mal so eine Stelle aufnehmen, dann wird das ganze Bild in der Phase. Äh. Äh. Oh, oh Gott. Nein. Ich hoffe, du aus einigermaßen. Was soll das sein? Steht doch da oben drüber, was ich meinen muss. Und das ist jetzt nur nicht vorlesen. Doch, dieses ist vor. Einmal bitte laut vorlesen. So. Boah. Nein! Nein! Ich schaue wieder alles rot! Dass es gleich vorbei ist, oder was? Na okay, das ist nicht ganz so schlimm. Ach Gott. Passt. Muss reichen. What? Wenn das ein Pokémon ist, dann kenn ich's nicht. Wenn das ein Pokémon ist, dann kenn ich's nicht. Was? Das ist jetzt, oder? Ich schaue kein Pokémon sein. Ah. Warte mal los. Nein, es ist... Was zur Hölle? Ich meine, er ist immer dead. Nix mehr zu trinken. Scheiße, ich hab mich verschrien! Oh no. Okay. Okay. Oh, warte. Welche Farbe hat er nochmal immer... Was zur Hölle? Ich meine, er ist immer dead. Ja. Warte mal. Oh, wieder vertan. Oder? Er ist nicht das, er ist nicht das, er ist nicht das, er ist nicht das, er ist nicht das... Okay. Kann man nachfragen, welche Farbe ein bestimmter Spieler hat, oder muss man das auch überhaupt wissen? Ja, kannst du nachfragen. Welche Farbe spielt Tork immer? Hellgrün. Ähm, ja, wollte ich gerade sagen. Hellgrün. Okay, gut. Was? Jemand hat Tork meinen lassen? Oh, shit. Nein. Schiss. Oh, shit. Schiss. Oh, shit. Nein. Schiss. Gelände. Ein Zeichen. Halgrün. Okay, okay. Jetzt ist er egal. Zeitdruck. Erkennt man? Ach, wieso Zeitdruck? Ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich nicht so ganz. Pass schon. Es geht bei mir. Ich bin echt gespannt, was ihr aus meinem gemacht habt. Dass ihr wenigstens die erste Runde überlebt habt. Ich habe mir schon ausgesucht. Was? Was? Ah, okay. Drei Stücke. Was? Ach so. Soll ich meine Mama aus? Okay. Das sieht schon groß aus, was ich habe. Das ist echt so. Der Mund ist auch bei dir. Was ich aufgemalt habe. Das, was ich entstellt habe. Okay. Das kann ich machen. Warum? Warum soll ich doch was tun? Ich tippe das von Thor. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Das geht. Das geht. Das geht. Das ist eine gute Idee. Habe ich meine Flasche angelegt? Ach, da unten. Gott. Oh, oh, oh. Es wird noch gemalt. Oh. Nein. Warum? Wie soll man denn das? Nein. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe voll reingeschissen. Ich glaube, das erkennt man und das reicht. Ich habe so hart reingeschissen. Was zur Hölle? Was? Ah, nee. Dann soll es wohl die Person sein. Wie würdest du denn was beschreiben? Ach, du Heimatland. Ich weiß nicht, ob das ein Partyhütchen ist, was in Sosa geflogen ist, oder? Ich glaube nicht, dass das Partyhütchen darstellen soll. Das ist ein Fisch. Ich glaube, das ist ein Hai. Oder eine Schildkröte. Oder... Ja. Ja. Ah, verdammt, ich würde noch schreiten. Ja. Ich glaube, ein Hai ist halt nicht die erste Unüberstand. Laten wir sehen. Nein, das gehört nicht bei mir an. Das war sehr angenehm. Nee, ich glaube nicht. Los Menschen. Oh, doch, ich glaube, ich weiß, dass es sowas wird. Pikachu als Trainer. Ja. 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 Oh. Jetzt noch ein Haar schon mit Mütze wirft. Einen Pokéball. Ich habe sogar extra noch... Ich habe die Mütze vergessen. Ich habe sogar extra noch Ash gesucht. Ich wollte noch einen Knödel da nehmen mal. Pikachu als Trainer. Ich habe schon nicht gefangen. Sie haben einen Pokémon-Ball. Oh. vom illegalen Kampf zum ganz normalen Alltag. Pokémon ist halt illegal eigentlich. Du sperrst kleine Menschen in Bella ein. Stream-Route-Werbung. Wenn man so ein Siegjahr. Ich hoffe, man kann... Okay. Oh Gott. Das ist unser Tool-Symbol. Ah, Kani-Fernseher. Ich wollte es schreiben. Akani im Fernseher. Aber warum zum Beispiel... Ich habe extra das Tool-Symbol versucht zu zeichnen. Akani auf dem Fernseher. Auf dem Fernseher auch nicht schlecht. Ich habe extra versucht, den Chat mitzumalen. Beim ersten Bild. Der hat wohl auch das erste Bild. Oh mein Gott. Ja, leider eine... Nee. Ja. Chris und Jackie überfallen eine Bank. Seit wann ist Chris eigentlich blau? Ich dachte, du wärst immer pink. Ich habe gewechselt auf Gründen. Aus Gründen. Aus Gründen. Haupt-Jackie-Braun. Aus. Ohne Waffen. Was? Oh. Jackie traurig. Blauer Among-Iff-Care klart Braunem all sein Geld. Ja. Ähm, ja. Jackie und ich haben uns darüber unterhalten. Okay. Okay. Das ist auch nicht durchgegangen. Okay. Das ergibt tatsächlich Sinn. Oh, das ist für gut. Da ist der erste weg. Ja, deswegen. Da ist der zweite weg. Dieses fröhliche Geschenk. Michael Grün. Pikachu bedroht Tork mit mehr Waffe. Immerhin habe ich überlebt am Ende. Ja. Davon gekommen ich nicht. Tork als Magic-Karte. Was? Das kam auch nicht bei mir an. Oh. Ja, ich habe es einfach angewandelt. Tork spielt Magic-Karte. Tork als Brau. Tork als Grumid findet heraus, wie man den Wenden nutzt. Natürlich. So nach dem Motto her, wie funktioniert denn das eine Luke im Boden? Nö. Kann ich. Willst du ein Stück? Olle futtert einen Apfel auf Leiche. Das kam bei mir nicht an. Das kam bei mir nicht an. Ah. Oh mein Gott. Ja, ich hatte zu wenig Zeit. Sorry. Oh mein Gott. Zwei. Everything is zack. Was? Das sieht irgendwie sehr falsch aus. Ein Arkani. Was? Was? Ein Arkani. Ich habe nicht zum Schreiben her. Ich wollte mich auf ein Arkani schreiben. Ich weiß. Ich finde, ich kann nicht malen, aber ihr könnt auch nicht malen. Ich kann nicht malen. Ich finde es halt so geil, wie braun gefüllt die Hälfte vom Körper von Rot ist. Ja. Ich bin so viel. Nee, wir zeichnen. Maulwurf geht an. Ach, Maulwurf. Das ist mal ein Maulwurf. Das ist ein Maulwurf. Oh. Ah, ich erkenne es ja. Das ist doch ein Maulwurf. Das ist doch ein Maulwurf. Das ist ein Maulwurf. Das ist ein Maulwurf. Das ist ein Maulwurf. Dick ist etwas. Das ist ganz stark. Ja, wenn soll das sein? Okay. Schlechtes Omen für den Anger. Schlechtes Omen für den Anger. Ey, das nehme ich persönlich. Oh, danke. Ah, okay. Beige bitte, Anger. Mach mal schlechtes Omen. Zeig mir das mal, bitte. Bevor wir die Runde starten, muss ich einmal auf Toilette gehen. Ja, ich gehe auch auf Toilette. Bitte schlechtes Omen. Gehe ich auch auf Toilette. Nee, ich habe zwischendurch. Gehe ich schon. Oh, Gott. Oh, Gartek ist so funny. Ich bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht zeichnen kann. Okay, ich habe wieder was Geiles. Was auf jeden Fall missverstanden wird. Ich habe noch gar nichts. Was gebe ich denn? Guck einfach in deinem Zimmer rum. Das ist mal richtig. Ja, das mache ich auch gerade. Oh, ich mache eine Figur, die ich da stehen habe, ja. Oh, toll, die kenne ich doch wieder nicht. Ich glaube, den solltest du kennen. Das gehört mir zu den Basics. Von was? Von was? Naruto. Ah. Habe ich nie gesehen. Okay. Keine Ahnung. Ich kann dir nur Naruto zeichnen, aber das war's. Ich kann dir noch nicht mal Naruto zeichnen, weil ich nicht Naruto zeichnen kann. Kennst du den weißhaarigen Typen? Ja, aber da gibt es zwei. Hast du gerade Mut und Roshi zu Naruto? Ach du Gott. Keine Ahnung, ich kenne nur den Namen. Meinst du den Kautzicken? Ja, ja, Kakashi, danke. Meinst du Kakashi? Ja. Erstmal googeln. Ich habe Kakashi und Tatsuki im Sanzanu-Modus. Mir fehlt nur noch der Naruto im Sagen-Modus. Diese Dreiteiler-Figur habe ich bei mir im Zimmer stehen. Meine Schwester hat mir bis jetzt den Sasuke, den hat sie für mich auf Wusch gefunden in einer guten Qualität. Guck mal, wenn du jetzt Kakashi nimmst, jetzt kann ich ihn zeichnen. Jetzt kriege ich ihn, ja. Ich kann ihn nicht zeichnen, obwohl ich weiß, wer gemacht ist. Mit Maske und... War ein Auge verdeckt? Ein Auge. Nee, seine komplette untere Mundhälfte war verdeckt und ein Auge. Ja, dass seine Maske hat, wusste ich ja. Ja, ein Auge ist verdeckt. Deswegen gab es ja das Meme, wenn du vergleichst Naruto Kaisen mit Naruto. Jaaa. Kommt, lass schon. Wir haben Let's Useless Sakuha. Let's Edgy. Hallo. Let's Edgy. Gut schau. Sasuke. Ja, es gibt einen Bodypillow von dem. Not so... Uuuh. Depressed. Oder Not Depressed Naruto und dann wieder noch Kakashi. Kennt ihr das Meme? Wie war das? Sasuke. Ich habe eine Diskussion gehört, aber wollten wir nicht irgendwie ein Thema nehmen. Ich wollte... Jetzt hätte ich schon was ausgedacht. Ich habe die Tiere. Was? Die Tiere nehmen. Tiere. Wir können doch berühmte Filme mit Videospielen kombinieren. Okay, okay, okay. Das ist wirklich, das ist wirklich. Das ist mir zu kompliziert. Oh Gott, lass mich jetzt mal bitte dann kurz nachdenken. Können wir bitte einfach Easy-Themen nehmen? Dann schlag du was vor. Keine Filme mit Videospielen, da wäre ich schon überfordert mit. Dann schlag du was vor. Animation. Was für Animation? Ja. Können wir hier einfach nur Videospiele machen? Also davon gibt es noch Videospiele, von daher. Videospiele könnte man auch machen, aber dann muss ich ganz kurz cheaten gehen. Wieso? Ah, ich gehe kurz auf meinem Desktop schauen, ob mir was Gutes einfällt. Ich mache das. Ich habe da ja einiges brauchen. Ja, das sollte eigentlich jeder kennen. Becci, bist du mit Videospielen einverstanden? Äh, ja, ich denke. Oder nehme ich das? Ich glaube, ich nehme über das da, das Bekannte. Also nur Videospiele jetzt, ja? Mhm. Ja. Aber bitte nicht irgendein Spiel, was nur eine bestimmte Nische kennt. Okay, gut. Ich hoffe, dass man das kennt. Also jetzt nicht das Allerunbekannteste. Es ist jetzt ein AAA-Titel, so. Also man kennt es. Ich spiele ein Deutschspiel aus einer gewissen Nische, deswegen werde ich vermutlich ein Großteil der Sachen auch nicht kennen. Ja, gut. Von dem Spiel sollte man aber gehört haben, was ich mir überlegt habe. Pokémon fällt drauf. Es ist halt generell eine Spielreihe, die man, ja, kennt man schon. Ich habe von Mario nie von gehört. Äh, der ist der komische Blaue Eagle. Sanik. Ich starte an ihn. Das ist der Charakter mit dem gefühlten Most Cursed Hentai-Zeugs, was es gibt. Ja, da gibt es auch so eine ganz, ganz schlechte Punkt-Excel-Version. Ich soll mir einfach so Spiele reinschreiben. Ja. Ja, ich überlege mir einen Satz zu dem Spiel. Also ich überlege mir quasi eine gewisse Szene aus dem Spiel zu beschreiben. Also nicht nur einen. Ach so, okay. Ich gebe mir den Titel-Sautern an. Ich kann das überspielen, dann brauche ich mir vielleicht keine Szene zu. Geht eine gewisse Szene aus dem Traum? Ja, da ich mir sicher bin, ob das jeder kennt. Mach mal das. Also ich beschreibe. Ich mache nur das Spiel, weil halt einfach keiner. Ja. Jetzt ist... Ach, okay. Was? Okay. Gott, also ich kenne das Spiel erstmal nicht. Ich habe aber eine Idee, wo es herkommt. Ich kenne das Spiel auch nicht, aber... Ich kenne das Spiel, aber ich habe keine... Da es von dieser Art des Spiels so viele gibt, habe ich keine Ahnung, wie ich das machen will. Ich sage es soll. Hier hat es auf jeden Fall irgendjemand mit einkaufen. Nein. Okay. Meine Maus, hallo. Ich habe immer so ein Bild im Kopf, aber meine Hand kann das nicht wiedergeben. Dieser Gedanke ist irgendwie komisch. Das Bild könnte doch von einem Dreijährigen an den Kühlschrank hängen. Ja, bei mir definitiv auch. Äh, das ist doch immer der Fall, oder nicht? I feel you. Was ist das denn? Sophie hat die Schnauze. Ich kann sowas nicht zeichnen. Das sieht feierlich aus. Das sieht aus wie so ein Baumstamm mit komischen Zielen. Sophie, halt die Schnauze. Ich liebe Schnauze. Halt die Fresse! Ich habe mehr Zeit auf. Was soll das jetzt sein? Oh Mann, ey. Das sieht zu dumm aus. Ja, passt. Ich weiß nicht, wie er erkennt ist. Und wenn nicht, dann sind die Leute einfach nur... Ich sehe was. Da haben die Leute keine Fantasie. Und hier die anderen Schuhe. Das kann man echt stark erkennen. Halt die Klappe, Sophie. Ich habe noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Nein, nur noch ein paar Sekunden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also man könnte drauf kommen. Wieso ach du Scheiße? Ja, eventuell auch, aber nee. Manche große Spielzeile sind halt schwer zu malen. Ja. Weil dir da zu viel im Sinn kommt, wo man das eindeutig festmacht. Nein, ich war nicht fertig. Was könnte das sein? Ah, okay. Welches von den vielen ist es denn? Ich nehme einfach mal ein Spiel, wo man das macht. Keine Ahnung, ob das damit dann gemeint ist. Ist das das? Wir haben neue Füße gekauft. Ich muss mich konzentrieren. Kann man die Platte nicht, oder? Ich muss mal die Platte austauschen. Weiß ich nicht. Kann man das? Wie ist denn Marke? Ich sage jetzt zum Freitag, wie zur Hölle, Marke. Mit der Zeit. Keine Ahnung. Nein. Warum habe ich jetzt zitternde Hände? Nein. Wie war das der Zeit? Von Sophies Brandregal ist das. Das muss ja auch noch irgendwer erkannt haben. Dann bin ich mal gespannt, wie das irgendwer gemalt hat. Oh nein. Ich weiß noch nicht, wie die ganzen Leute da aussehen. Kann man das schon so erkennen? Irgendwie so. Nee. So. Ich meine, es wird klar sein, wenn man die Person erkennt. Dann wird es klar sein. Also, das Spiel... Dieser tote Blick, Alter. ...kenne ich. Und wenn nicht, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, da kennt man auch so... Wie erkennt man, glaube ich, gerade nicht so wirklich was. Ja. Details sind überbewertet. Über abstrakte Kunst hier, gerade. Ja. Nein! Kannst du vergessen. Ich bin ja froh, dass ich mich nur zeichnen muss. Oh, ich habe ein gutes Thema für die nächste Runde dann. Musikrichtung oder sowas. Ach du Scheiße. Oh nein, da kenne ich mich gar nicht aus. Deswegen sage ich ja Richtungen und nicht Bands oder sowas. Ey, was für ein Thema? Ich habe es gerade nicht gehört. Musikrichtungen. Weil ich bin echt zufrieden. Ich bin für Filme. Was? Ah, ich gehe damit. Ich kenne diese Spiele. Schön, ich nicht. Ich bin mir relativ sicher, was das sein könnte. Es könnte auch was anderes sein. Warte. Eigentlich ist das hier vollkommen gezeichnet. Das ist aber auch verständlich. Oh nein, jemand hat die Spiele. Was zur Hölle? Wie soll ich das denn zeichnen? Ich kenne das nicht mal. Das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Mein Gott. Sie ist mit dem Toolkrieg, ich könnte es zwei gleichen Kreise sein. Ja, du kannst doch das Kreis-Symbol nehmen. Ja, ich sage jetzt selbst damit nicht. Ja, aber das macht Ellipsen und keine Kreise. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Was ist das denn? Irgendein Spiel. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich muss es nur zeichnen können. Ach man, ey. Die Frage ist, ob die das überhaupt kennen. Welcher Mensch kennt sowas? Ja, die müssen ja das Spiel kennen, sonst hätten sie es hier nicht vorgeschlagen. Ach so. Nee, nee, eine Person muss das Spiel kennen. Das ist ein Unterschied. Das Problem ist, ich darf ja nicht mal, also kein, nicht schreiben, ne? Nee. Das macht es schwieriger. Ja, das macht es schwieriger. Ja, aber das würde ja den Sinn verfehlen, wenn wir das alles schreiben. Ja, ja, logisch. Okay, damit bin ich gerade von der Form her echt zufrieden. Ich mache mir wieder Lebewesen. Alter. Das sieht aus wie ein scheiß Frosch. Lacht da gerade jemand, Mann? Nein. Mach auf. Wie mache ich das? Ja, wie sehen die Dudes aus? Keine Ahnung. Warum nehmt ihr aber auch solche komischen Spieler? Ich habe keinen komischen Spieler. Das ist doch überhaupt schlagil. Schnauze! Du spielst nicht mit. Irgendwie so. Bestimmt. Nein! Nicht alles rot. Nein! Ach Gott, dann ist es halt so. Das wird schon verschwunden. Ich musste zweimal das selbe Spiel hintereinander zeichnen. Okay. Dann muss man nicht sehr kreativ werden. Also nur nicht dasselbe, aber halt ungefähr auf das selbe Spiel. Ah, ich weiß, was du meinst. Ah, ja, ich weiß auch. Ich auch. Du musst das zweimal hintereinander zeichnen. Die zweite Zeichnung muss es tatsächlich... Also ich muss es zweimal hintereinander zeichnen mit jeweils Hinschreiben dahinter. Deswegen bin ich etwas kreativ geworden. Wieso? Ich bin fertig. Die zweite Zeichnung davon sieht... Aber da hat jemand was verkackt, meiner Meinung nach. Ja, jemand, dann bestimmt ich. Oder ich. Oder ich. Also alle. Ah, wir sind schon fertig. Ich bin gespannt. Ich war extremst umsicher. Das kam nicht an. Das kam definitiv nicht an. Ja. Mario Kart. Die Kartprinzessin. Ja, danke. Danke, Jackie. Es gibt auch drei, ey. Mario Kart. Girls. Die Dauer. Ja, nur Girls sind raus. Ey, das Spiel ist angekommen. Das Spiel ist angekommen. Das Spiel sollte angekommen sein. Schreibt Girls in Du. Ich bin bei Mann. Ich bin bei Mann. Ja, ich bin das nicht meint. Max der Weise, ich holf die nur Zehmen. Oh ja, das... Das kann ich nicht. Das kann bei mir am Ende an. Ich kenn's auch nicht. Also ich hab... Ich kenn's von mir am Schaden. Ah, ich dachte, das kann man... Ich kenn's, aber ich muss dann was anderes denken, als das bei mir ankam. Ja. Ich musste da als erstes an Age of War. Der liegt eigentlich an A. Ich weiß... Ich weiß nur, dass man andere Dinos zähnt. Ich weiß nur, dass die Person... Ja, das ist Age of War, oder? Oder ist gar nicht die Arme nützt? Aber ganz ehrlich, eindeutig Age of War. Da hast du den ersten Spiel, dass du nur reintausch den Vulkan, den du ausbrechen lässt. Ja, okay, ich hätt den Vulkan weglassen sollen. Ich versteh, was du meinst. Need for Speed Speed. Das kann bei mir nicht... Das kann man sich gar nicht sagen. Auch zum Mario Kart. Ja. Ja, irgendwie schon. Mario Kart. Mario Bobby Kart. Mario Bobby Kart. Ja, es sieht das rote Ziel aus dem Bobby Kart. Ich kann, dass du es zweimal malen musst. Okay, das ist... Ich kann echt gut malen, also... Das habe ich viermal in deinem Nachgang gesehen, wo man dann... Warte, warte, ja, ja, gut. Na, bei mir kannst du jetzt zweimal malen. Mario Kart. Ich habe ja eigentlich mit Maus. Ja. Ich mal mit, äh, Pat. Mit Pat. Okay. Ich mit Maus. Muss ich mal drauf achten, was du malst. Hab ich's, glaube ich, richtig erfahren. Ich male auch mit Stift, äh, auf dem iPad. Ja, sehr schön. Was? GTA 5 Bank. Haber der Kampf. So. Ich kenne nur Franklin. GTA Charakter raubt mit Knarre Ladenbesitzer aus. Herrlich. Das ist doch wunderbar. Auf jeden Fall jemand das Zeichen benutzt. Ja, es ist angekommen. Oh Gott, das ist angekommen. GTA ist überdurchgekommen, nice. Ey, mal hin, etwa. Fatalati. Fatalati. Was heißt Fatality? Fatalati. Könne ich nicht. Genau. Fatality. Fatality. Genau das, das dachte ich mir. Street Fighter richtig gewesen? Na ja, Mortal Kombat glaube ich. Ja, Fatality. Street Fighter. Ich war mir nicht sicher, ich hab zwischen Mortal Kombat und Street Fighter ge... Äh. Ich kannte das im Wurz nicht, aber trotzdem. Ich hatte mich, ich musste mich entscheiden von Tekken und Street Fighter. Ja, Tekken gibt's ja nicht. Ich hab mich zwischen Mortal Kombat umgezogen. Das kann nicht sein. Was? Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Das ist eindeutig. Ich weiß gar nicht. Ein Wurm aus Wurms schießt anderen Wurm mit Bazooka ab. Ja, guck mal. Ich fand das von mir gar nicht so schlecht gezeichnet. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Mario Brades. Ah, okay, okay. Was? Ich verstehe. Ich wollte auch einfach... Ich weiß nicht, warum du nicht schreibst. Ich weiß nicht, warum du nicht schreibst. Ich weiß nicht, warum du deine Kackwurse. Ich weiß nicht, warum du nicht schreibst. Ja, also ich fand mein Wurm gar nicht so schlecht. Street Fighter geht einkaufen. Ja, das geht. Das kam nicht an. Das kam bei mir auch nicht an. Let's go Evoli. Das war das. Wie kennst du da Let's go Evoli? Wir hatten uns noch mal. Karni geht einkaufen. Was für ein Spiel gibt es? Let's go Evoli. Ja, weil ich hab dir das Bild geschickt. Der Pokerball ist falsch rum und das hat mich gestört an dem Bild. Es sollte ja gerade gefangen werden. Du willst mit Klinge einkaufen, oder? Ich bin gleich wieder dran. Brauchen wir irgendwas. Dieses Evoli hat einfach so richtig nur die Blick. Also Karni geht mit versteckter Klinge einkaufen. Naja, falls man mal kein Geld dabei hat. Ich sag nur ne zwei, damit man weiß, dass es der zweite Teil ist. Deswegen hat's so lange gedauert beim Reden. Jetzt versteh ich. Äh, machen wir jetzt... Welches Film machen wir jetzt? Äh... Gibt's nicht irgendeine Random-Maschine, die einfach ein Thema ausspuckt im Internet? Bestimmt. Äh... Ich brauch ganz kurz einen Moment vorher. Wir könnten Filme machen. Ja, Filme würde ich auch nicht schlecht finden. Ein... Irgendwelche... Einfach Filme. Also... Ich komm gleich wieder. Sag Bescheid. Du kannst jemanden aussuchen, was er für dich meinen soll, ne? Du kannst nur ein Beispiel, also was geben. Ich würde gerne Filme machen. Gut. Hm... Was für ein Film nehmen. Oh ja, ich glaube, ich hab... Hast du dir den Clip schon angeschaut? Äh, bis jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Das sind 20 Sekunden oder so, Maximum. Okay, gut, dann mach ich das jetzt. Äh... In der Zeit muss ich noch über Filme nachdenken. Mach ich auch mal ganz kurz. Über Filme nachdenken? Also ich bin der, der da oben ist mit den Giants in dem Clip. Geil! Giants kommt Bonk. Was hat Clementineur? Was hat Clementineur? Falls eine Giant-Quelle irgendwas Schadens verfügt, fügt es dann leider dessen doppelten Schaden zu. Alter, das war ja so funny. Ja. Bonk. Verdoppelt... Ich würde jetzt übrigens letzte Runde machen. Also ich... Okay, äh, 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 ich hab einen Film. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt. Wird lustig, wenn den nicht jeder kennt. So, wieder da. Ähm... Ich hab zwar keinen Film, aber... Also machen wir jetzt einfach nur Filme. Wir machen jetzt Filme. Ja. Okay. Das kann nur schief gehen. Easy. Meinst du? Ja. Ja. Zumindest bei mir. Denn den nicht jeder kennt, bin ich enttäuscht. Ich versuch deine Zähne zu beschreiben. Ich hab nur den Film. Ah, komm! Das ist ja... Ein bisschen Herausforderung muss ja sein. Äh... Too late. Du kannst doch noch bearbeiten. Er soll mir jetzt die Zähne machen in dem, äh... Er soll mir jetzt die Zähne machen in dem, äh... In dem Film. Habe ich nicht zumindest gemacht, damit's... Weil so... Äh... Ähm... Die Frage wäre jetzt mal speziell an Arcani oder Swog. Wisst ihr zufällig, ob man einen Twitch-Clip von irgendwo runterladen kann? Müsste eigentlich gehen. Okay, dann muss ich mir das später nochmal anschauen. Gibt gezeichnet. Ups, ich hab mich verschrieben, aber... Too late. Oh boy. Äh... Äh... Ja. Ich kenn den Film nicht. Ungünstig. Alter. Ich kenn den das auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn Google kurz nebenbei? Ich glaube, hier hat sich jemand verschrieben, aber ich glaube, ich weiß, was er gemeint hat. Äh, ich hab mich auf jeden Fall verschrieben. Ah, dann warst du das okay. Oh nein, falsche Farbe. Aber ich mach's mal so, damit's jeder erkennen könnte, glaub ich. Warte mal so, das wird zu hoch. Fuck. So. Äh, okay. Äh, okay. Okay, ich... Ach, nee. Zack, zack. Das wird nicht... Gott. Ich kenn das nicht. Ähm. 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 Äh, der... Gott. Der... Das wird vom Zock sein vermutlich. Ich hab keinen mehr. Näh. Also... Einen Film... Eigentlich... Vielleicht nicht exakt diese 10, aber man hat sie auf jeden Fall schon gehört. Lass mal kurz zwischendurch googeln. Ich google gerade, aber ich find das nicht. Okay. Ich werde das Zeichnen komplett verkackt haben. Ich auch. Äh. Ich auch. Nee, wenn ich sage, ich hab komplett verkackt, dann ist es. Also, ich hab auch nicht gegoogelt. Was mich der Tweeter gesagt haben. Ich hab nicht gegoogelt. Ich hab nicht gegoogelt. Ich hab nicht gegoogelt. Ich muss nicht schreiben, weil... Das ist das einzige... Was hat sich von... Ähm... Oh, jawohl. Ach, Gott. Nee, das wird nicht mehr. Okay, 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 okay. Ich hab mich jetzt offiziell blamiert. Ah, sein... Nee, ich hab mich blamiert. Ich hab die beiden Filme tatsächlich noch nie gesehen. Du hast zwei Filme? Also es ist ne Reihe. Scheiße. Scheiße, ich war noch gar nicht fertig. Oh, sorry. Das ist einfach. Was? Was soll das sein? Hier hat jemandem was geschrieben, aber ich kann noch nicht mal lesen, was er geschrieben hat. Hm. Ich kenn das nicht. Was soll das für eine Zähne sein? Ja, du hast... Das war ein einfaches Bild. Da hätte die dritte Figur noch nicht mal drauf sein müssen. Ach, okay. Dann hast du meins gern. Das ist gut. Ja, das Bild ist einfach. Dann ist es gut. Keine Ahnung. Ich hab kein Filmtitel geschrieben, weil... Keine Ahnung. Alter, sag ich die Zeichen? Ne Scheiße. Hat irgendjemand grade irgendeinen Film genommen, der scheinbar super unbekannt... Also, was ist unbekannt, aber auf jeden Fall. Ja, ich hab einen, glaub, etwas schwierigeren Film genommen. Ich hab nur irgendwas gekritzelt, also irgendeine Nachricht bekommen, aber die konnte ich nicht entziffern. Sorry, war wahrscheinlich von mir. Das nervigste ist, dass meine Maustaste manchmal aussetzt. Ich glaub, das macht zwar nicht besser, aber... Ich glaub, das macht zwar nicht besser, aber... Not gonna lie, den Film hab ich nie gesehen. Ich auch nicht, nehm ich grad mal. Auch wenn er extrem bekannt ist. Ich kenn den Film und ich... Gott, ist das traurig. Bin ich gespannt, was ihr aus meinem Film gemacht habt. Weil der Titel alleine ist schon eigentlich eine gute Beschreibung für den Film, oder halt den Hauptcharakter. Oh mein Gott, ja, okay, ich glaub, ich weiß dann welchen... Also, ich hab den Teil verkackt. Eventuell, aber... Keine Ahnung. Deswegen bin ich gespannt, was ihr daraus macht, auch wenn ihr den nicht kennt. So gut. Ich zeichne schlechter und schlechter. Ja, also... Der Film hab ich jetzt auch... Vielleicht wird der Film erkannt. Vielleicht aber auch eher nicht so. Denk ich mir grad auch. Scheiße. Was? Ah, das ist einfach... The fuck? Was? Der Schwanz, das sieht aus wie ein Schwanz. Wer hat denn grad die ganze Zeit genutzt und mal sowas? Du hast vermutlich Halt bekommen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das klingt schon mal... Hä? Ich kann es nur so schreiben. Ich hab den einzelnen Film wieder mit, den ich kenne... Oh, ja, cool. Endlich mal was, was ich kenne. Was? Geil! Geil! Was soll ich denn damit anfangen? Das ist ein schöner Film. Mal dich, wie soll ich das zweite malen? Ich mal's einfach nicht. Hä? He? God, Maus, beweg dich nur dahin, wo ich das will. Wenn ich nicht zeichnen könnte, wäre das doch wunderschön. Mann, da war schon wieder irgendwo in der Stelle auch. Ja, fertig, erkennt man. Also bei dem Bild, ganz ehrlich, die Relationen passen nicht, aber wen juckt's. Wen juckt's. Ich will das lieber jetzt gesagt haben, als dass das dann jemand ernst mit die Relationen... Also bei den Filmtiteln hab ich voll reingeschissen. Das Zeichnen war okay, aber bei den Titeln hab ich reingeschissen. Bei mir ist es andersrum. Bei mir auch. Ich kannte fast nicht. Ich glaub, das meiste ging. Also eins kannte ich nicht, weil einfach nur was geschrieben wurde und das andere hat keinen Sinn ergeben. Ah, uuuh, ist das geteilt? Ist das geteilt? Alter, keine Ahnung. Oh Gott, keine Ahnung, was das sein soll. Also meins müsste leicht sein. Was ich gemalt hab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das sein soll. Jurassic Park 1 Drex bricht aus Gehege aus. Jurassic Park 1 Drex bricht aus Gehege aus. Alter, wunderbar. Das hab ich am Anfang gleich erstmal packt. Jurassic Park. Hä? Ich fandet, das war voll gut. Jurassic Park. Ich fand den Dino absolut scheiße. Nein, das tut schon weiß ich gar nicht. Wer freut das? Okay. In einem Land vor unserer Zeit. Entschuldigung. Entschuldigung. Dino. Sorry, aber. Alter, ich hab keine Ahnung. Nur, dass ich echt auch vor. Mir ist halt grad kein einziger Film mit Dinos angefangen. Dann wird der verpackt. Immerhin war am Ende noch ein Dino oder irgend sowas. Träg dich nicht über die Zeichnung auf, zeichne erstmal selber. Okay, ich kann zeichnen. Ich hab gezeichnet. Ich darf mich über die Zeichnung aufzeigen. Aber da kam auch. Ja. Das war sehr gut gezeichnet, fand ich. Das erste Mal. 1,80. Um zu zeigen, dass die groß sind, ne? Ähm, ich sag besser nicht. Was? David, 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 Leih. Ja, genau. Das kann man euch. Und wird halt dann auch der einste Film gezeichnet. Wir zwei Menschen, die ich kenne. Außer noch. Der Film ist aber eigentlich alle einen Zopf gehabt. Ja, aber das ist vielleicht nicht. Hat ich nicht mit dir einen Zopf sogar fortgepflanzt? War da nicht irgendwas? Ja, so gefühlt. Wir haben alle Stabilen, man springt von mir aus. Das ist ein Spiel, man. Das könnte auch kommen sein. Ja, ich wollte Spider-Man schreiben. Ja, das hast du schon gesagt. Spider-Man stürzt sich vom Dach. Spider-Man stürzt sich vom Dach. Spider-Man. Spider-Man, man. Das ist durchgegangen, also. War ich ja nicht ganz so verkehrt. Deadpool. Spider-Man. Spider-Man. Okay, mindestens einer kennt den schon mal. Das finde ich gut. Ich weiß ja, was ich als Letztes hatte. план- Das hab ich gar nicht erst lesen können, was das ist. Ja, ich hatte keine Ahnung, was das da stellen soll. Wie sollst du Hobbs und Dom machen? Ich hab ein Auto drin im Hintergrund. Zeigen so. Keiner. Ja, cool. Street Fighter. Das finde ich geil. Zum Motto kommt doch jetzt dem nächsten Film raus, oder nicht? Ja, danke. Ich bin nicht fertig geworden. Es gibt einen Film, da ist eigentlich Choose You. Pokémon. Ja, das ist ein Pokémon-Film. Oh. Ein ziemlich neuer. Pokémon hat über 20 Filme oder so. Ja. Ja, vor allem, ich bin nicht fertig geworden mit 11. Es fängt Pikachu. Ich war richtig schön mit dem Filmuntergang und so. Und dann... Pikachu! Ich hoffe, man... Ja, sollt man erkannt haben. Meisterdetektiv Pikachu. Nice. Hellboy. Ich wette, ihr kennt ihn nicht. What? Hellboy. Ich hab ihn schon mal auf Erbung gesehen. Ich hab ihn schon mal gesehen. Gar nicht mal so falsch. Ja, fehlt aber einiges. Abgeschickte Hörner hätten noch dran gepasst. Ja, das hab ich bekommen. Eine Größe. Was sind denn? Mit roten, gelben und blauen Sacken. Ja, das hatte ich auch, ne? Das hab ich bekommen. Regenbogenkopf. Regenbogenkopf. Das ist das Modell für Regenbogenkopf. Aber Hellboy Cannon. Deadpool liegt auf dem Dach eines Autos. Ja. Oh mein Gott. Nein. Das Auto kam nicht an. Das Auto kam nicht an. Das Auto kam an. Das wurde erkannt. Deadpool ist rot. Ist das gut? Ja. Deadpool. Deadpool. Äh, das ist nicht. Ich hab Deadpool tatsächlich noch nie gesehen. Also Deadpool. Oh ja. Das ist ein unglaublich guter Film. Nice. Unglaublich witzig. Nice. So witzig. Irgendjemand meint, der ist raus. Ja, ich. Ja, ich hör jetzt auch auf. Okay. Der Spoon darf man nicht zu viel spielen. Okay, gut, da hör ich auch auf. Ja. Dann hör ich auch auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Tschau. Tschüss. 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 Tschau. Spock? Ja. Sagst du noch Genshin oder gehst du zu Bett? Bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich schau ich nochmal schnell rein. Okay. Ich find's so cool, dass ich mit den Giants im Dach da Platz 3 geholt hab. GG. Hier den Clip, der ist immer wieder cool zu sehen. Hast du euch auch gestreamt oder nicht? Hast du euch auch gestreamt oder nicht? Äh, die letzten beiden Matches hab ich dann über den Discord gestreamt. Also die Top-Tap nur. Okay. Ich muss mir diesen Clip runterladen. Wie oft hast du verloren? Äh, insgesamt zweimal. Also zwei Matches insgesamt. Und, äh, Games glaubt damit dann, warte, vier, fünf, sechs. Ungefähr. Sechs, sieben. Also ein Match. Wie kannst du zweimal verlieren und dann aber sechs Games verlieren? Äh, es ist immer best of three. Also kann ich zwei, eins haben. Das heißt, äh, also in einem Match kann ich zwei, äh, die erste Runde und die dritte Runde als Beispiel gewinnen. Und der Gegner hat halt die zweite Runde gewonnen. Ja. Dann gewinne ich halt trotzdem noch das gesamte Match. Ja. Und damit, wenn ich dann halt sage, ich hab insgesamt irgendwie sechs Matches oder so verloren, weil ich am Ende in den, äh, insgesamt halt zwei, äh, zwei, oder, eh, insgesamt hab ich so sechs, sieben Games verloren und zwei Matches. Also. Ah, okay. So mein ich das. Ja, das habe ich verstanden. Ich überlege echt noch den Clip bei, äh, ähm, Top 5, äh, Top 5, äh, von Arena einzusenden. Mal sehen, ob er reinkommt. Welcher? Na, der Clip, den ich da reingestellt habe, wo ich mit den Giants noch kurz angreife. Und war es eigentlich den ersten Angriff mit dem? Äh, nee, der Gegner hatte, ähm, Ja, der, begerät noch die, äh, von Tradinga. Ja. Da, der, begerät noch die Verkundung, äh, von 19. Und heut, wenn man da, der colour nicht mehr in die Möge mit den Stammer, äh, von 18. Ja, der, begerät noch nie. Ja, der, begerät noch nie. Ja. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 Das ist schon gut. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Entschuldigung, hab ich die ganze Schimmung kaputt gemacht. Ne, ich mach mal Falten durch. Ah, für der Lorelei. Ah, für der Lorelei. Ah, für der Lore. Ah, für das ellefischt dich. Oh. Ja, aber binnen der Pieck ist eine Strudel. So. Danke. Oh. 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 Äh. Dann wollen wir mal im Binnenmeer was hier damit. Oh. 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 Hi. Oh. 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 mit der einsamen Buchtigkeit von dir. Mit dem Taten habe ich keine Ahnung. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Wir spielen wieder. Ja! Well, that was easy. Naja, das ist derjenige. Es ist derjenige. Ich bin, wozu können, daß so mein Wasser... Acht, das schreckt man. Ich bin, wozu er nicht verletzt wird. Ich bin, wozu er nicht verletzt wird. wozu er nicht verletzt wird. Boah, ist dieses Spiel groß! Wauw, wauw, wauw! Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Krevins. Dieses Ort ist ein verratable Paradies unter dem Meer. Nur wenn du denkst, dass du alles gesehen hast, findest du dich in Mermaid. Also können wir in der Wasser breathieren? Dieser Harp ist etwas anderes. Na jetzt sind wir hier. Ich denke, wir können wissen, ob die Geschichte über die große Perle ist nur eine alte Frau's tale oder nicht. Findet die Aube ist wichtig, aber wir müssen mit der Queen sprechen. Erstens. Wir müssen sie über Michelle erzählen. Erstenname Oeber. Vers Tortenme Oeber. Erstenname Oeber. Sie haben eine kleine Maschine. Sie sind mit dem Buchstuhl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind ein Minimitarium. Untertitelung. BR 2018 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 Remember, though the paths we walk are filled with twists and turns, all roads lead from the tree of life, and to the tree return. So, let's go. Und dann wieder raus. Das ist nicht so spannend. Aber die Machen. Und da kommen die Händen. Und da kommen die Händen. Und dann kommen die Händen. Und dann sind die Händen. Aber die machen wir gleich. Das ist ein Blutfreude. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm mal, du kannst alles da. Ja komm. Untertitelung. BR 2018 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 Ich bin Maxime Medaillet. Und das ist mein Humble Establissement. L'Academie de notre Maître des Medailles. A school in which miniature ladies bloom into beautiful full-grown flowers. As part of the education, we encourage our pupils to journey through all the lands of Adria and to gather the maximum number of mini-medailles they can find. As they earn for medailles, they immerse themselves in the cultures of the world and acquire at least a minimum of, uh, how you say, savoir faire. But every so often, a born Medailleter comes along. I sense this in you. I see the most maximally adroit Medaillet detector of my career before me. However, there is one miniature problem. The Academy is for young girls and young girls alone. Sadly, I cannot offer you a pleasure. But does this mean I will allow such potentiel maximal to remain untapped? Non! By the power vested in me, I hereby enroll you as an honorary member of the Academy of Notre Maître de Medailles! by a mile where my entire career meet you from a corner of the coast to Northern Charlotte to the country in front of the bi biennial of Columbia to the Netherlands at the red hills Untertitelung. BR 2018 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 Es muss ja hier irgendwo sein! Da läuft es mal! Da läuft es mal! Wir werden hier noch nicht sein. Wir lassen uns nicht an den Platz. Ich habe ihn nicht an den Platz. Es gibt noch einen Platz. Ich habe ihn nicht an den Platz. Ich werde ihn nicht an den Platz haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Kick out of the way, Drongos. Some of us have got sights to see. I see this place is still full of friendly visitors. We passed through a while back on the hunt for clues about Mordigan, you see. Hm. Der beatifische Lüge der Mühle der Ruhe von Now-Watt bringt eine gute Glückwunsch zu allen, die auf den Augen legen. Wenn sie das Gefühl haben, dann glaube ich, dass sie nicht viel von einem Verwendung haben. Ja, das stimmt, Mann, nicht ein Sausage. Aber wir suchen jetzt etwas anderes. Und mit der Luminari mit uns, auch. Ich habe eine Gefühl, es wäre wert, dass es noch einen Blick auf diese Ruhe mit frischen Augen ist. Wir müssen unsere Weg durch die Stadt und über den Topf der Mühle, um dort zu kommen. Let's split up und sehen, was wir auf der Weg finden können. Die Stadt und die Stadt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 You came for a look at the mural everyone's talking about, too, huh? Well, here it is. I guess it is pretty impressive. I still don't believe all that stuff about it being lucky, though. Hmm. She's not exactly in the best condition. But yes, you're right. She's beautiful. Hmm. What's that around her neck? It looks like some kind of strange key. Huh? Not just any old strange key. Serena, that's the magic key. I'm sure of it. Was that your stomach, Veronica? You're hungry again? Sheesh. No, it was not. Maybe if you weren't so clearly distracted by this impressive lady here, you'd realize that didn't sound anything like my tummy rumbling. Shut up, you little brat. Your stomach's like the creature rising from the deep. I've never heard of you. My tummy rumbling doesn't sound anything like that. There she blows. And just like she looked in my dreams, too. This little beauty's gonna make old Baza rich. Hey, there's plenty of room for everybody to look, you know? Hmm. I know your game, Spikey. Well, you can't keep it all to yourselves, you know. We deserve a chance to get rich, too. Stop trying to hog all the good luck, you selfish so-and-sos. Yeah. Give someone else a chance to be happy, why don't ya? Um, I think we should probably leave, don't you? Hmm. Wow. I was pretty keen to see the mural, but clearly not as keen as some. Hmm. What is it? Is there something else worrying you? Hmm. So you're looking for this kid's parents, huh? Well, we got nothing better to do. Let's see what we can find. There you are, my trusty sidekick! Hmm? Alas! I found no sign of the missing persons in town. Did you have any luck here? Nope. Hmm. It is a puzzling mystery indeed. Ah! But I am forgetting our young client! A detective cannot leave a child in distress! Come! We must find her! If you did here, I was hoping. Yes, Father! I wanted to find a night who prayed for each other. Well, an LEDs sai is still under pressure by trying to run to the edge in the dirt of these walls. Your seeking, are you? The tool is safe. Home has never prescribed. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Hmm, honey, there's nobody here. I thought you said you saw Dorak. If she did, she's disappeared into thin air. Are you sure? Hmm... Hey, look up there! How strange. The mural. It's different from the last time we were here. Uh, am I going crazy? Or were those people not there yesterday? And doesn't that one look a whole lot like that Baza guy? The grumpy one? The lady at the inn said he didn't come back last night. I've got a bad feeling about this. We need to get out of here now! This is no good. Uh, it won't open! W-w-the mural! The mural! Don't go in, don't go in, don't go in, don't go in... What the... What is this place? It feels like we're dreaming, but... We're not. We're not. No, we're... I think we're... Inside the mural! Uh... Um... That doesn't make any sense. Is this what happened to little Dora too? Oh, that poor, poor thing! Alright, listen up! We've got a little girl to save. Let's go to work! We have to go to work! Take this! Freeze! Freeze! Don't say I didn't warn you! No! Oh no! Yeah! Das ist ein paar Ausführungen zu machen. Oh. Hey, look. It's our pal, Baza. Hey. I said, hey! Hey, what's with all the waving around? Yes. What are they all doing, I wonder? And what about this mural? It's the same as the one from the ruins. Who exactly is she? Huh. I don't know, but she's a charmer, all right. She's certainly got this lot under her spell. Does my beauty not captivate you too, child? Perhaps when you're a little older. Why so confused little ones? I am here, right here! Wait, look! The mural! It's alive! Let me see now. Red, orange, yellow, green. Yes! All the colors of the rainbow! The seven of you will be very welcome here. Especially you. There's something different about you. Something particularly vibrant. Now come, little ones. Brighten my world. Let me squeeze the color from you as I did the others. Let me add you to my masterpiece. What? What? What are you talking about? You will soon see. You will soon be immortalized in vivid streaks of color. Oh, no, no! Everyone, come back. Okay. You don't need to tell me what a bad idea this is. aber wir müssen Dora finden. Komm schon, wir holen sie und raus. Wir müssen Dora. Wir müssen Dora. Wir müssen Dora. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Oh, 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 dear. This doesn't feel safe at all. What the heck is it? Watch out. It's looking this way. So this thing has been luring folks in here so can have them for dinner, eh? Lucky old us. Careful! We need to run, right now! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. What's this? And why's it been smashed to pieces? It's a message. It seems to have been written by the person who discovered the mural. I have found a great fresco in the ruins near Phnomnor. It seems to be several centuries old. It has a strange power. At first I thought it was a power for good. That this was how people had been drawn here. How the town had grown great. But now I see that it is evil. That it lures the greedy with promises of riches so that it might feast on their souls. And those too pure of heart to tempt with greed, it lures through pity. Beware the little lost girl. She will lead you to your doom. The little lost girl? Dora. So this whole thing was just some elaborate trap? Well, that's just great. I think it's time to get out of here, don't you? Could this be... It is! It's the crack we saw when we first went to look at the mural. I think she's right, you know. This could be our way out of here. Only one way to find out. Here goes nothing. Huh! Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! What are you.. I can see the words. You know what's interesting? You know what's interesting about her? Yeah, so, what's interesting? Yeah, my feelings of love. Oh, ja, ja. Well, I've made more graceful entrances. Is everybody okay? More or less. Anyway, I'm just glad we got out of there. We have to let everyone know the truth about the mural. Come on, let's get back to the village. Come on, let's get back to the village. Come on, let's get back to the village. Well, look who it is. Ja, du solltest. Ich habe schon gehört, um die Mural zu hören. Das ist warum ich hier bin, ehrlich gesagt. Aber kann was du mir wirklich wahr sein? Ja, es ist wahr, es ist wahr. Das große Schilder hat mich geholfen. All ich hatte, war es sehen. Es wird das gleiche für dich, ich bin sicher. Ich glaube, ich hätte besser gehen und schauen, dann. Danke, Frau Frau. Ein weiteres Wettbewerb, oder, Frau Frau? Ein weiteres Wettbewerb, oder? Aber wie? Ich habe dich in meinen Clutches. Du solltest sein Teil meiner Masterpiece, bis jetzt. Du hast deine letzte Unwissenbewerb in diese Schilderung. Du musst zurückgehen und rausgehen. Und schau mal wieder, du kannst dich in die Schilderung. Du kannst nicht alle die Schilderungen verletzen in da. Komm schon, da ist kein Problem in der Schilderung. Komm schon, da ist kein Problem in die Schilderung mehr. Ich werde alle weg, will du? Lass sie gehen, wenn meine großartige Arbeit so nahe zu completionen sind? Fools! Thanks to the gift of those the greatest of beings, I have the power to paint their memories onto the very canvas of time! There is only one way you will convince me to release them. Come to my world! Bring it to life with the bright rushstrokes of battle! Wait, bevor you go, this Greatest of Beings, who do you mean exactly? Well, I for one don't intend to let her get away with this. Come on, let's get back to that mural. 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 Vielen Dank.